Test, Test. Test, Test. Test, Test, Test. Test, Test, Test. Test, 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 Test. spielen ist da er eine sehr große rolle spielen kann im spiel allgemein und sonst ja und sonst schlage ich vor legen wir auch gleich los ich gucke bloß noch mal schnell wegen dem ton hier weil ich möchte den keineswegs allzu leise machen ich höre gerade kein ton es kann vielleicht sein dass ich die im spiel die lautstärke nach oben zu stellen habe ach ok ich verstehe na gut dann schlage ich vor legen wir los gut also wie gesagt der totenbeschwörer ist an sich eine klasse die super viel spaß macht sie hat flüche sie hat skelettbeschwörung und sie hat halt noch ein zauber das sind so die drei bereiche aus denen der besteht das ist unser bart und dann fangen wir mal an eine sache gucke ich noch mal schnell bevor es losgeht von 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 Okay, klingt gut. Ich weiß, woran es gelingen hat. Okay. Ich möchte schon, dass ihr auch einen Ton habt, mit dem ihr mitgehen könnt. Und der soll ja auch relativ entspannt sein. Wir kriegen das hin. So. Hört sich das jetzt für euch an? So. Hört sich das jetzt für euch an? Klingt gut. So. Hört sich das jetzt an? Gut, dann starten wir mal. Okay. Ja, die ersten fünf Minuten zur Einstimmung sind immer ganz gut. Ihr braucht euch keineswegs wundern, wenn ich manchmal mit dem Ton weg bin, weil dann bin ich mal kurz aus dem Spiel raus. So. Hier ist der Ausgang oben. Ich kann übrigens schon mein erstes Skelett wiederbeleben. Boah. Durch meinen Stab. Ähm, ja. Allgemein für die Skelette brauche ich... Leichen. Dann holen wir uns unser erster Rock. So, dann würde ich vorschlagen, nehmen wir noch die Handachse mit rein. Oh, hoppla. Merk schon. Wir belassen uns dabei. Wir lassen die Skelette die Arbeit machen. Übrigens, äh, vom Release her hatte ich ja erzählt, dass die, dass es dort ein paar gewisse Veränderungen gab. Allgemein kann ich sagen, dass der Totenbeschwörer während des Releases des Spiels eine ziemlich schwierige Klasse war. Weil er hatte halt im Endeffekt keine Bonis oder so gehabt. Er war reineweg der Charakter, der aus seinen Ressourcen gelebt hat. Und das war manchmal ziemlich hart gewesen. Weil er ist super abgefallen im späteren Spiel. Naja. Das einzige, was ihn halt immer gut über die Runden gerettet hat, waren halt die Flüche. Dann würde ich mal meinen, auf ein fröhliches Gemetzel. Rock. Hier haben wir unsere drei Bäume. Das ist der Beschwörungsbaum. Das ist der Knochenbaum, wo es auch eine Knochenrüstung gibt. Und das ist sozusagen der Flüchebaum. Flüchebaum sind sehr schöne Zauber dabei. Den wir dann nachher auch teilweise nutzen. Am Anfang gehe ich übrigens auf ein Skelett. Bis ich Level 18 bin. Seht ihr von mir schöne große Skelettarmeen. Und starke Skelettarmeen. Dann werde ich mich dann umskillen. Und dann geht es in Richtung meine Lieblingswaffe, den Knochen-Sperr. Ich könnte natürlich auch am Anfang auf Zähne gehen. Nur Zähne verbraucht meines Erachtens nach am Anfang wenig zu viel Mana. Und ich finde es halt spektakulärer, erstmal mit den Knochen-Skeletten rumzurennen. Ja. Müsste ich bloß mal gucken. Mich wundert es hier. Ich war es eigentlich immer gewohnt, eine Anzeige zu haben von den Skeletten, die ich beschworen habe. Nur, ja, offensichtlich gibt es keine. Oder ich habe die ausgeschalten. Ah, okay. Ich kann die mit Zähne ausschalten. Sehr schön zu wissen. Gut, suchen wir mal die Höhle des Bösen auf. Sieht schon mal sehr gut aus. So, jetzt haben wir wieder das kleine Ausdauerproblem. Mit ihm werden wir es wieder mehr haben, als mit der guten alten Assassine. Und dann ist es, dass wir wieder damit zurückrenne. Kannst du denn das Tod rollen nehmen? Scheine gut. So, wenn wir einig. Ich bin perfekt. Säge zu können. Ich bin immens. Ich binormal mache ich aurait Ich bin völlig gut aus. Man über CastЗЫКА pour해. Und das war übrigens alles klar. Ich bin Okay, Schlüssel nehmen wir gerne mit, nehmen wir auch. Okay, ich glaube ich habe die Höhle jetzt entdeckt. Loppertlos. Und wie sieht es aus? Zwei Sockel, perfekt und in Grau. Okay, wir nehmen das. Wir nehmen den Fertigkeitsbaum. Dann haben wir insgesamt vier Skelette, die ordentlich Schaden machen können. Drei Skelette kann ich maximal machen. Cool. Wie viel kann ich jetzt machen? Immer nur drei Skelette, okay. Na ja, wir hauen mal in den Skeletten rein momentan. Hämisch. Hämisch. Ich glaube ich werde der ganzen Sache noch ein bisschen Nachdruck verleihen, indem ich noch ein bisschen rumfluche. Also keine Ausdrücke sage, sondern eher den Fluch verwende. Das geht mir ein wenig zu langsam her. Okay. 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 So. 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 My Boys und ich in the town. So. So. sind am anfang ziemlich mächtig die feiern dann halt ziemlich schnell ab mit dem mit dem eingang in die vierte mission und dann habe ich mich eigentlich schon ziemlich schnell um zu orientieren so der fluch nehme ich glatt mal an ok 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 ich verstehe so ich gucke mich nämlich noch mit den den kürze ein bisschen rum oder ich gucke da noch ein bisschen rum dass das alles so weit klappt so sehr natürlich praktisch für meine skelette mal einen fokussieren der wirklich wichtig ist nicht die ganze zeit an den kleinen hängen bleibt so das hier way skelettern oh noch eine rüstung nehme ich doch glatt so dann können wir den stab nämlich auch rauswerfen wir packen einfach mal die knochen rüstung mit rein gibt uns noch ein bisschen extra schutz natürlich alles bloß hier bloß eine kleine spielerei so der einzige nachteil natürlich an dem nekro ist dass er immer wieder leichen benötigt um halt seines skelettes wieder zu beleben oh hey dafür machen die schon ein wenig schaden wenn ich erstmal drin bin hallo zuchtgollum na wie geht's freut mich auf jeden fall dass du zu mir gefunden hast ja mir geht's super mir geht's super ich zocke jetzt meinen lieblingscharakter den totenbeschwörer wie geht's dir das freut mich zu hören das freut mich zu hören du hast übrigens einen coolen namen muss ich sagen zuchtgollum ist das etwa der gollum von herr der ringe den du meinst naja dann wird es mal wieder zeit weil du weißt ja bestimmt wenn du der alo schon mal gespielt hast dass demnächst der remake rauskommt das möchte ich mal meinen also wie gollum auszuschauen da gehört noch einiges dazu 700 oder 800 jahre oder so komm lass mich durch hier ich bin noch etwas hübscher nicht schlecht ich bin noch etwas hübscher nicht schlecht wie hier unser unser werter gollum dass du ihn nur in der hand hält oder den trägst du auch herrlich naja auf jeden fall gut gemacht hast du aus dem film auf jeden fall gelernt gott mein stab ist kaputt los skelette macht mal eure arbeit jetzt hier so drei monster sind noch übrig wo sind die denn was war eigentlich deine lieblingsklasse in diablo gewesen da du ja schon eine weile nicht mehr gespielt hast wo sie ja bestimmt mit irgendeiner klasse mal gespielt haben oder so 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 den barbaren okay ja der barbar der ist der ist wirklich schon ziemlich kräftig der ist wirklich ziemlich kräftig wenn du mit ihm umgehen kannst der hat auch drei tolle spielvarianten und der macht schon verdammt viel spaß muss ich sagen den doppelschlag ich hab letztens halt bei einem streamer gesehen der hat das gesamte spiel nur mit heap durchgespielt mit heap der war in albtraum beim diablo war gerade mal level 25 oder so gewesen und den hat er einfach nur verprügelt mit seiner faust das muss den mal geben sah schon echt lustig aus natürlich hat er dafür equipment halt zusammen gebastelt was vernünftig wirkt nur einfach mal mit der faust auf den auf den boss einprügeln das sieht schon echt witzig aus ach da ist er ja versteckt er sich einfach vor mir hier ja ich musste auch herzhaft lachen darüber als ich das gesehen hatte ja auf sowas muss man mal kommen ja attack bonus gut dann nehmen wir mal wir nehmen mal hier die volle riege von beschworenen mobs machen wir mal auf drei das auf zwei und das auf eins und auf meine frage zurück zu kommen hast du eigentlich bock jetzt der ablo noch weiter zu spielen also mit dem release was jetzt kommt am 23 september holst du es dir ach verdammt ich kann nur zwei skelette beleben dass ich jetzt erst das na dann mal 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 ach ach okay naja mach das auf jeden fall also beide sind richtig gut das kann ich dir gleich sagen und ich glaube du kannst auch das den remake komplett halt auf diesen auf das spiel hier umstellen also absolut kein problem dann hast du im endeffekt die grafik des alten spiels und keine probleme letztendlich das vernünftig zu spielen weil hier hast du halt teilweise die probleme dass du im endeffekt gucken musst und schaust das mit der sprache alles stimmt was du in blizzard einstellen kannst nur bei manchen modifikation die du halt drauf bringst ist dann halt wieder ein bisschen schwieriger was kannst du noch schönes machen es läuft höchstwahrscheinlich einfach nur flüssiger für die neuen systeme ja die items findest du mega hässlich ja ich bin gespannt also ich habe jetzt bloß ein bisschen so mal drüber geschaut wenn wenn andere das gezockt haben ich hatte selber die möglichkeit die beta zu zocken und ich dachte mir ach ist egal brauche ich nicht und wenn du sagst ja items sind übelst hässlich okay ich bin echt gespannt wie die ausschauen so so ich bin auch gespannt ob die halt in dem neuen diablo spiel ob die da irgendwelche neuen features mit rein bringen wie beispielsweise ein besseres handelssystem oder so oder vielleicht neue einzigartige gegenstände neue ruhen wird da also muss ich mal dass das bin ich echt gespannt wie die sich das da ausgemalt haben okidoki dann machen wir mal weiter mhm 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 ja das stimmt schon manchmal ist dumm blizzard macht macht gerne mal sachen die sie nicht machen so wollten vorher die hatten auch gesagt die machen ein vernünftiges diablo 3 und was ist rausgekommen naja es war auf jeden fall kein würdiger nachfolger von diablo 2 um das mal klar auszudrücken doch hey es hatte auch seine anhängerschaft und die hatten spaß an dem spiel mein fall war es eher weniger gewesen doch hey geschmäcker sind verschieden aber bei bei vor bei 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 Eine Sache finde ich übrigens ziemlich schade, was die einfach vernachlässigt haben bei dem Spiel, ist halt, die bringen das halt für mehrere Konsolen raus, dass sie daraus kein Cosplay gemacht haben, sondern dass es höchstwahrscheinlich in der Art und Weise rauskommt, ja, wir machen das separat für die Spieler auf der Konsole und separat für die Spieler auf dem Rechner. Das finde ich sehr, sehr schade. Was fandst du? Okay, krass, 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 krass. Also ich sag mal so, ich hab das Spiel auch gespielt, mein Fall war es eher weniger gewesen, weil ich ein total eingeschworener Diablo 1 Fan bin. Da hab ich halt eher gedacht, so von den ganzen Anfangssachen her, dass die das wirklich ähnlich aufbauen wie Diablo 2. Und Diablo 3 ist halt von der Sache her wesentlich einfacher gemacht. Also, gut, okay, du hast halt, das Spielprinzip ist das gleiche, nur, ich weiß nicht, so mit diesen Skill-Bäumen und dann noch mit diesen, diesen On-Top-Bonus, das ist schon, das ist schon... Ach so, also ich nimm dich für voll, wenn du es schreibst, ja. Oder du musst die passende 2-Di dahinter machen, damit ich schacke. Ja, naja, naja, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, Diablo 3, das war halt, ich denk mal für ein, für ein neues, für eine neue Community, die richtig Bock hatte, einfach bloß, äh, ja. Diablo neu zu erleben, war schon ein guter Anschluss gewesen, nur für mich persönlich, so als Zocker von Diablo 2, war schwierig gewesen. Ich hoffe natürlich, dass die halt bei dem neuen Teil, also bei dem Remake letztendlich, dass die, dass die vielleicht auch die Community diesmal besser pflegen und die Server. Das ist so meine große Hoffnung. Okay. Wenn die das wieder vernachlässigen sollten, dann wäre es ja richtig krass. Ich denke, diesmal wird es weniger untergehen, durch die Leute, die halt beispielsweise auf der Konsole spielen, als auch die Leute, die am Rechner sitzen. Da werden sie so richtig nochmal die Fanbase beleben, die richtigen Urgesteine halt. Die richtig Bock auf Diablo haben. Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Geht mir übrigens genauso. Alleine, wenn es schon darum ging, äh, ja, irgendwann möchte ich mal alle Gegenstände selber haben, ja. Also alle einzigartigen, alle Sammlergegenstände, da geht super viel Zeit drauf halt, alleine bloß fürs Farm dieser Gegenstände. Ja. Also dafür habe ich Ewigkeiten gebraucht. Ah, zwei Sockel. Ich nehme die mal mit. So, ich beschleunige das Ganze hier mal ein bisschen. Jetzt müsste ich mal gucken, ob ich überhaupt noch ein weiteres... Naja, klaro. Geht doch. Geht doch. Ach, okay. Ein einzigartiger ist dabei. Die Waffe, die geht mir ein bisschen zu schnell kaputt. Schön, wie die ist. Zu schnell geht es mir kaputt. Ah. Hm. Okay, ich habe nichts mehr. Verkaufe ich trotzdem. Ach, ich mache das mal rein hier. Die gute Rune. Oder das gute Juwel. Geht's weiter. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ach, äh, mein... Also... Ich sag mal so... Ich bin so der ziemlich klassische Spieler. Ich habe am Anfang immer so die Runenwörter außen vor gelassen. Und habe halt... Naja. Habe halt auf Equipment gehofft. Was vernünftig ist. Einzigartiges Equipment halt. Nur gestern war halt noch ein Zuschauer gewesen. Der meinte halt, ja, du musst unbedingt mal die Runen probieren halt. Und da habe ich mit der Assassine gespielt. Und da macht es durchaus Sinn, so die ein oder andere Rune ausprobieren. Äh, äh, auszuprobieren. Und da habe ich auf den Stab halt jetzt Chiral. Und auf die Rüstung nehme ich dann immer Tal-Eth. Und das müsste, glaube ich, Leaf sein auf der Rüstung. Auf dem Stab habe ich jetzt keine Ahnung, was es ist. Ja. Das nutze ich jetzt einfach standardgemäß für die Ones erstmal. Insbesondere für den, äh, Druin. Als auch, ähm, Zauberin und die Assassine halt. Ja. Mit dem komme ich ganz gut weiter. Weil ich, ich finde das total schlimm hier mit dieser, äh, mit der Ausdauer. Also das haben die meisten so hier, die meisten Chars, die haben übelste Probleme. Ach, Leaf ist der Stab. Naja, siehst du, er kennt sich ja besser aus als ich. Abgesehen davon, diese Runenwörter-Geschichte, das ist so, das ist so eine Sache, mh, merke ich mir nicht so. Das Einzige, was ich standardgemäß ganz gut mir gemerkt habe, ist echt Rahlautal. Schwur der Uhr an. Nur ich denke mal, mit den Spielen, äh, die ich jetzt hier zocke, beziehungsweise, dass ich halt sehr stark auch Diablo 2, den Remake, im Endeffekt unter die Lupe nehme, komme ich auch wesentlich besser wieder klar. Aber ich merke es mir. Steels ist unsere Rüstung und Leaf ist der Stab. Perfekt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sage ich dir das. Nur weil du kannst mir ja gerne mal Bescheid geben, ob du, ob du doch vielleicht zu dem Entschluss kommst und sagst, okay, ich spiele den Remake halt, dann könnten wir unter Umständen auch mal im Battle.net zocken, wenn du Bock hast. Ja, ich habe schon echt Lust, mir dort eine Community mit aufzubauen, Leute, die richtig Bock haben, Diablo zu zocken und auch mal vielleicht dann so in größeren Teams, so in Achter-Teams dann richtig geil dann halt abgehen. Absolut, bin ich absolut dafür, weil erstmal ist der Unterhaltungsfaktor für die Leute viel, viel größer, die zuschauen, wenn wir dann halt über Tristram Run machen oder so. Oder halt einfach bloß Side Ones, ja, oder einfach bloß stumpf Farmen gehen, anstelle von, wenn ich hier alleine durchdaddle. Es gibt natürlich jede Menge halt an Challenges, also an Herausforderungen, die ich halt machen könnte, die auch durchaus aufgehen würden. Nur, ich mag da eher so die Leute, die da wirklich in Interaktion mit mir treten. Das ist so mein Fokus. Ich spiele gerade offline. Ich würde das jetzt erstmal so weit erstmal alleine durchzocken, ja, die Charaktere. Ich sage mal so, ich bin vier Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag müsste ich durch sein, also danach können wir gerne weiter, also können wir gerne zocken halt, ja. Nachdem ich das durchgemacht habe, dass wir Battle.net technisch da ordentlich zulegen. Nur das würde ich jetzt erstmal hier so weit alleine daddeln, die Sache. Also nicht zu ungut. Ich komme definitiv auf dein Angebot zurück. Ja, wenn du bis dahin noch Bock hast. Auf jeden Fall, das freut mich zu hören. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, mich halt, äh, hier folgen, dann kannst du auch sehen, wenn ich immer online bin. Denn dann bin ich auch in Diablo online. Och, der Stab. Der Stab. So, so, hm. Also momentan läuft das ziemlich gut, muss ich sagen, mit den Skellis. Skellis. Ich möchte natürlich noch auf den vierten Skelett gehen und dann gehe ich auf die Skelettbeschwörung. Ich glaube, ich könnte jetzt schon die Skelettmagier machen, die müssten schon ab Level 6 sein. Ah, Level 12 erst. Okay, gut. Alles in Ordnung, alles schick. Die sind erst ab 12 dran. Ja, und dann geht es dann richtig los. Eine kleine Skelettarmee, die dann ordentlich durchrockt. Skelettmastery. Hm, ist natürlich auch interessant. Nur nein. Ein Mana pro Kill. Hm, ne. Ach, eine Sache könnten wir noch machen bei der. Wir holen uns Ausdauer. Die Magier. Also, ich sag mal so, im Regelfall nutzt du halt ... Ach, die Magier, hier in dem Spiel. Hm, die gehen. Also, ich würd's jetzt einfach bloß zum, ähm, ja, Funfakt machen. Ja, also einfach bloß mal reinhauen, um die mal wieder gesehen zu haben. Und dann, spaßeshalber, switch ich eh halt um auf Knochen-Sperr. Ja, weil's noch ein Speer ist, wesentlich flexibler, besonders in den Engen-Gängen. Und rotzt auch im, ähm, frühzeitigen Game ganz gut durch. Ich denke, bei Andariel werd ich schon wechseln. Das ist jetzt wirklich bloß die Anfangsphase, wo ich das halt mache. Just for fun. Wenn ich einfach mal wieder Bock habe auf Skelette. Hm, hm, hm. Allgemein, ich, mir ist schon bewusst, dass ich ab Akt 2 die Skelette total vergessen kann, ja. Oder bei Andariel, wenn ich's überlege, die macht da halt eine Giftnova. Und die Skelette, die sind dann alle, kippen dann einfach nur um. Und das ist krass. Was? Kein Summoner mit Korps-XP. Was meinst du damit? So, so, weiter geht's. Alter, die, die Reichweite, die ist ja so mega muschi klein, das ist ja echt verrückt. Ach so, ja, ja, das könnte ich natürlich machen. Hast du recht, könnte ich absolut machen. Und dann skill ich mal demnächst drauf raus. Stimmt, absolut. Besonders, nachdem es gepatcht wurde halt, ist es ziemlich heftig. Hm. Hm. Okay. So. HC. HC, HC, HC. Wie gesagt, ich muss erst mal reinkommen mit den ganzen Begrifflichkeiten. Erklär's mir kurz, was meinst du mit HC? Hardcore? Nein, absolut nein. Hardcore spiel ich wirklich, wenn ich wieder drin bin in der ganzen Materie. Dann super, super gerne. Also absolut, Hardcore mach ich gerne, nur das ist ja Normal-Mode. Falls wirklich sterben gehen sollte, ist das natürlich ein bisschen schlecht. Ich würde das halt mit einmal durchziehen. Ist halt für mich auch, wie du merkst halt, reine Übungssache nochmal so mit den Charakteren halt zocken und einfach mal wieder so ein bisschen reinkommen in die ganze Geschichte. Wieso, spielst du kein, äh, spielst du kein HC oder ausschließlich HC? Ach, nee, also definitiv bin ich absolut dabei. Mach dir mal gar keine Gedanken dazu. Also definitiv rennen wir uns über den Weg. Ja, ja, mir gefällt das absolut. Ich bin absolut der Kandidat für sowas. Ich bin auch der Typ, der gerne in Minecraft halt in Hardcore absolut gerne durchspielt, ja. Da mach ich dann so gerne meine, meine Ones halt absolut, also. Sind wir recht unterschiedlich. Minecraft? Minecraft ist so ziemlich, dass... Bekannteste Survival, äh, 3D-Billig-Aufbau-Game, was es über Java gibt. Wenn es dich interessieren sollte, genau interessieren sollte, was es ist, dann schlage ich vor Google einfach mal. Da findest du super viele Quellen. Hm. Ist sehr bekannter Spiel. Ja, genau, das Block-Spiel, völlig richtig. Und da gibt es halt auch einen Hardcore-Modus, spiel ich absolut, also. Ein einziges Leben, das macht halt auch für mich Nervenkitzel aus, absolut. So in etwa. So in etwa. Oder verdammt, ich bin umzingelt, ich muss sofort raus, sofort Escape. In der Hoffnung, dass ich überlebt habe. So. Wo ist denn eigentlich dieser Typos hier? Der Schamane. Unten längst. Ach, die Small Charme, meinst du? Ja, ich weiß, 7-Live kann wirklich viel ausmachen, nur ich spiele wirklich ein relativ einfaches Spiel gerade eben und da passt es schon. Im Normalfall würde ich das nehmen, nur hier brauche ich es momentan nicht. So sieht es aus. Ah, Hork. Aber wenn du es unbedingt haben möchtest, dann nehme ich das nächste, ja. Dann lasse ich das da. Und dann passt das. Aber gut zu wissen, dass du da so ein Auge für hast. Was wichtig ist und was unwichtig ist. Ich glaube, wir werden jede Menge Spaß haben, wenn wir zusammen zocken sollten. Welche sprichst du da genau an? Weil du hast ja bestimmt was im Sinn, was du meinst. Was ist das? Ah, 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 ah! Ab! Los, greif doch jetzt die hier, Jungs und Mädels! Nehmen wir den Schönes. Nehmen wir jetzt die Taste. Merk schon, die Reichweite ist zu kurz. Ah, was mache ich damit? Okay, dann zum Beispiel Lifecharms, die werden seltenen. Ah, okay, okay, ich verstehe. Also wie gesagt, wenn wir uns da gerne mal zusammenfinden wollen, das können wir definitiv machen, wenn du die Zeit nehmen möchtest. Ich glaube, ich lerne da noch sehr viel dazu. Weil das Battle.net an sich habe ich relativ außen vor gelassen, weil es einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, nicht mehr so in war. Und bin auch nie wieder reingekommen, die ganze Geschichte, beziehungsweise habe ich auch nie mit Leuten gespielt, die ausschließlich auf Hardcore stehen halt in dem Spiel. nur hey, klingt auf jeden Fall richtig geil. Da kriege ich richtig Bock drauf. Und ich merke auch, je mehr ich mich mit dem Spiel wieder beschäftige, desto fitter bin nicht wieder in der ganzen Geschichte. Das freut mich auf jeden Fall. Okidoki. Na los, komm, ne, 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 jetzt kommt man hier rüber. Na, wo haben wir es denn? Ernsthaft? Die Leichen liegen dort hinten? Wow. Hm. 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 mensch das ist hier noch wahre handarbeit so dann wird man die schriftrolle mit wenn wir platz dafür hätten so money 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 decadcayne holen wir jetzt als nächstes dann machen wir noch den blutrahmen kalt und dann geht es weiter den klassischen skelett magier so machen wir den jetzt bin also wenn dann haben wir heute das volle programm an sachen beschwörungen im feuerresistenz das ist gucci der war ja gleich in der nähe gewesen genau so dann retten wir mal decadcayne den guten oder wurde der skelett verflucht so was hat es uns denn für einen schönen ring gegeben und preußenreduzierung giftreduzierung na toll schöne sache wird er hat aber nicht lange überlebt ich merke schon die skelette das war keine so gute idee doch hey für den für den anfang sind sie schon mal ganz lustig die guten ach so ja ich verstehe ich kann ja nicht jeden verfluchen verdammt jetzt war ich abgelenkt gewesen ich habe nämlich gerade nach meiner knochenrüstung gesucht nur die habe ich offensichtlich nicht mit reingenommen gut fällt der steine bin ich gestorben nicht mal oh nein nein gut dann heißt es durchlaufen das ist natürlich richtig ärgerlich das ist natürlich nicht mit reingenommen oh jemini so Und was geht bei dir so? Für mich heißt es hier erstmal ein bisschen durchlaufen, weil ich sehr sehr ungünstig gerade gestorben bin. Tja. Naja, sowas passiert mal. So, die guten Jungs hier. So, ihr seid meine Leichen. Okay. Die hauen aber auch ganz schön rein, die guten. Ich lasse einfach mal die Drecksarbeit meinen Skeletten übernehmen. So. Und da haben wir noch einen. Perfekt. Oh, der hält ja ewig viel aus. Und was machst du heute noch so? Bin so weiter, sitze ich noch bis morgen hier dran in diesem Skelett. Geht doch. So. Dann haben wir das erledigt und weiter geht's. Schaffen wir kurz hier ein bisschen Ordnung. Könnt ihr mir noch ein bisschen Leben geben. Gesagt, getan. Okay. Oh. Perfekt. Dann haben wir den. So. Hier stelle ich mal auf Player 1 um. Ich möchte hier relativ kurz durchrasen. Jetzt gehen wir mal auf zur Gräfin und hacken hier ein paar Runen aus dem Körper. Dann gehen wir mal auf. so dann haben wir das auch gepackt weiter geht's so Mann 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 Ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlich schweißtreibender Job sein muss So als Held hier Die ganze Zeit nur durchrennen und hacken und durchrennen und hacken und hacken und durchrennen Ich sammle jetzt übrigens zwei Runenwörter zusammen Wovon wir schon Tal und Id haben, das ist perfekt für die Rüstung Moin Moin, eine gute Ah, da sind die Rüstungen Perfekt, hier haben wir auch eine Puh, also es war auf jeden Fall ein guter Drop gewesen gerade eben Perfekt Okay, what? Okay, Level 17 Machen wir, behalten wir, perfekt Ich habe total aus den Augen verloren, dass es ab Level 17 möglich ist, das Teil zu tragen Und wir gehen jetzt nochmal dorthin Um uns halt Tier und Rahlen noch zu holen als Runenwörter Oh, was ist hier los? So Mann, 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 ist hier ein ganz schöner Auflauf Perfekt wäre es natürlich, wenn jetzt noch die anderen beiden Runenwörter mit einmal droppen Wäre super Drück mir die Daumen Okay Mimisch Oh, komm schon So Auflauf ins Getümmel Rahl haben wir Okay Und Tier fehlt noch So Hallo 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 Zertreten hier stehen ja mega mäßig ungünstig perfekt hmm perfekt und weiter geht's jetzt sammeln wir nur noch die letzte rune zusammen die tier rune dann sollte das passen stehen super ungünstig ok so das ist natürlich doof dass sie so dämlich stehen eine einzige rune führt uns noch ab rein mit euch tal und rahl was will ich damit wir machen es mal weiter wir lassen die gut erstmal zu farmen so dann sind wir kurz vom kloster das wird spannend und das ist das ist das ist das ist wir müssen mal die waffen reparieren ohne die kommen wir nicht weiter ich glaube ich werde ein bisschen umskillen ja bone boy prison boy teeth hier ist es gehen um golem nehmen wir noch mit bluch ist ganz gut ja wir gehen auf unsere knochen ok genug mit skeletten die sind mir ein wenig zu schwach die guten boys ok das sieht schon mal gut aus das ist 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 So. Das kann jetzt echt. eine ganz schön elende geschichte werden hier so lasst mich mal kurz durch bin wichtig naja es ist ja nicht so als wir zeit hätten unser größtes ziel ist es jetzt echt auf level 18 zu kommen so und den nehmen wir noch wir packen mal hier die zähne drauf ja mit dem toten beschwörer ist das ein bisschen zäh hier die ganze geschichte ja So, haben wir den guten? Man, man, man! Man, man, man! Man, man! Man, man, man! Man, man, man! Man, man, man! Oh, yeah! Man, man, man! Man, man, man! 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 bekommen. Welches Level ist die denn? Ah, Level 10. Ja, wir holen gleich den Hammer. Level 10. Mhm. Ich bringe das zu gutem Use. So. Guten Tag. Doch hey, wir machen das. Solange wie ihr es braucht, machen wir das. Mit den Runen. Okidoki. So. Wir können sogar nur ein Skelett beleben. Na dann, auf auf. Und irgendwas hat mir jetzt nicht gefallen in dieser ganzen Ausstellung hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich glaube so ist es besser. Wir machen das mal hier auf Normalangriff momentan. Hm. Hm. Oh, Preserved Cop. Mal gucken wir mal was wir drin haben. Fähigkeiten. Ja. Nehm ich. Das sind übrigens die Köpfe für einen Totenbeschwörer bestimmt. Mhm. Das ist, der ist eine super Mana Schleuder. Habe ich das Gefühl. Teilweise noch schlimmer als Amazon oder die Assassine. Ja. Ging nix und wieder nix. So, eine Einstellung habe ich hier echt noch zu machen. Das machen wir mal so. Kann man mal machen. Jetzt hat meine Jägerin weggehauen gerade eben. Ja. Ja. Da hat sie Pech gehabt. Mann, Mann, Mann. Die Jägerin. Die Gute. War ein bisschen schwach auf den Hüften gewesen. Weiter gehts. Oh, komm schon. Lass mich jetzt in Ruhe hier. Okay. Ja. Wunderbar. 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 Na komm schon, geh sterben Ah, das wird auf jeden Fall interessant hier, wie und ob wir durchkommen Es wird auf jeden Fall heute eine längere Runde, das kann ich schon mal gleich sagen, ich freue mich drauf So, wo bist du denn mein kleiner Schmied? Oh ja, ich sehe schon Ich habe so den Spruch ein bisschen vermisst Dass er Waffen aus meinen Knochen machen wird Entweder habe ich das überhört oder der wollte es mir nicht sagen Weil er wusste, was ihm passieren wird Ja, wir kommen jetzt einigermaßen gut durch Also hier ist es glaube ich für mich ein bisschen tödlich, wenn ich auf Player Stufe 8 mache Wer die Gegner doch schon ziemlich, ziemlich hart dann auf mich einprügeln Weil die so viel Leben haben und ich einfach null aushalte Die Skelette halt relativ wenig brachten, die ich am Anfang reingebracht habe Machen einfach zu wenig Schaden Ja Deswegen machen wir es einfach mal so jetzt Planänderung Gehen wir gleich halt auf Knochen rüber Was wir eh später gemacht hätten Und es kann nur besser werden Wir brauchen frisches Blut Oder frischen Ton So Und weiter gehts Oh, perfekt Ich hoffe, dass wir so schnell das Innenritkloster wie möglich erreichen Aber die Gefängnisse sind für mich So ziemlich die bescheidensten Räume, die es überhaupt gibt auf Akt 1 Finde ich sogar die Katakomben angenehmer Ich verspreche manchmal für mehr Größe Für mehr Irrwege Dann gehts hier weiter Ja, hier gehts weiter Wir laufen mal hier in die Richtung So Alles in die Zähne Das ist meine Devise Fast die Vermutung, dass es hier hinten nicht mehr weiter geht Nein, danke Ja Oh, gerne Ja Ich versuche das Ich versuche das Wie geht es dir? Du musst wenn das Empfinden Du bist jetzt hier und du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Was ist das für ein Gefängnis? Hm. Okay. Was war das? Ein kleiner Zauber. Perfekt. 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 Level Nummer 2. Das ist gut. Ich komme auf jeden Fall jetzt gut voran. Ne, 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 ne. Das will ich jetzt nicht abhaben hier. Uh, das ist eine Mana-Schleuder. So. Perfekt. Level 2 zu Level 3. Nehme ich. So. Ne. Sackgasse. Ne. Untertitelung des ZDF, 2020 Puh Wurde ich ja beinahe gesandwiched Oh nein Lass mich hier einfach durch Das ist jetzt hier ein ganz schönes Gewusel gerade eben Das sieht gerade nicht so gut aus, perfekt Puh War ganz schön eng dort oben gerade eben Hm Ja Das ist echt gerade eben eine Tortur für mich hier So Ja wirklich Ich hätte ja nie gedacht, dass der Dass der Totenbeschwörer so schwach am Anfang ist Na gut Ich lerne nie aus Gott sei Dank Ich spiele nochmal die ganze Sache hier vernünftig durch Bevor ich halt zum Neuen Teil gehe So Ich hoffe das hilft dir mehr Als mir Jetzt heißt es Daumen drücken Damit das passt Okay Tschüss Das war's für heute. So. Okay. Ist natürlich nicht ganz so praktisch, dass du jetzt überladen bist. Es soll nämlich weitergehen. Ich guck noch ob ich die... Ah. Ne. Okay. Ich pack mir mal die 10 auf die linke Seite. Alles ein bisschen zu umständlich gerade. Ein bisschen konnte ich hier was abziehen. Nur die Tränke, die sind absoluter Schrott. Keine Ahnung für wem die gemacht wurden, nur die sind Schrott. Ja? 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 Hmm. Ja? 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 Das finde ich schön. Das freut mich auch, dass ihr alle so freundlich seid. geblieben seid. das finde ich super definitiv geht dort zurück wurde gestorben wo du her gekommen bist hat mir einiges an unrat gegeben die frau perfekt perfekt rein mit ihr so wir haben jetzt hier alle aufträger erledigt genau so ich mache mal eine kurze kleine pause zwei minuten drei minuten da bin ich gleich wieder zurück also dann bis gleich so und Vielen Dank. 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 Ich rüste auf jeden Fall von seltener zu seltener um. Die war einfach bloß noch mal eine Unterstützung für den ersten Gegner an sich. Ich nehme eine Hilfe. Ich nehme einen in der Defensive. Combat, was macht ein Combat? Ich bin mal kurz neugierig. Ich probiere den mal aus, was der macht. Ich bin ein bisschen mehr los mit der anderen Seite. Vielen Dank. 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 Ja, das ist jetzt momentan ziemlich haarig. Ich habe knapp 2 Stunden gebraucht, um im ersten Akt durchzukommen. Ich denke mal, das wird sich nach hinten raus. Ich habe das ganz schön beschleunigt. Ich habe hier, das ist ja auch hier. 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 Ich habe hier, das ist ja auch hier, das ist ja auch hier. Ich habe hier, das ist ja auch hier, das ist ja auch hier. Ich habe 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 hier, das ist ja auch hier. Da sind wir ganz schön in die Predouli geraten gerade eben. Hu 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 hu. Hey 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 hey. so ja dann stecken wir es mal wieder in die zähne rein doch mal weiter oh hier geht es schon weiter perfekt in die ferne oase ok mal ein testen wie viel schaden ich hier noch mache man 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 soo hier mein golem komm mal heyo diogenes oh gott na ist klar bei dir ja ja das ist halt ich habe übrigens auf players 8 gemacht um halt erfahrungspunkte zu sammeln für level 18 der schaden der ist einfach bloß bescheiden das witzige ist einfach ich habe ich habe den toten beschwüre eigentlich auch nicht stärker in erinnerung gehabt das ist so lächerlich ich arbeite auf jeden fall straight auf meinen noch ein sperr hinaus und wie geht es dir ach du hast ihn zusammen gespielt ok hast du denn ein paar schöne tipps für mich die höre ich mir gerne an bis act 3 ende ging es ganz gut ok hast du dann mit vielen skeletten gespielt und die skelett magie noch mit reingenommen oder was hast du gemacht lass mich bitte Ah, cool, okay, da können wir uns ja echt die Hand reichen, mir geht's genauso. Ich hab das vor Ewigkeiten gespielt, also ich hab's mit einem Release gespielt, auch ohne, ohne dass es halt hier Lord of Destruction war, kenn ich. Und dann hab ich zwischendurch irgendwann mal wieder angefangen, das Spiel zu spielen, war wieder monstergeil gewesen, hat mir super viel Spaß gemacht. Wie ist es eigentlich bei dir? Holst du dir den Wemake? Ach ja, ja, gut, okay, ich versteh schon, wenn du den, da waren ja auch noch gar keine Patches draußen und da war es ja wirklich super wirkungsvoll. Und ich glaube, war es nicht dort auch noch der Fall gewesen, dass du halt pro Level ein Skelett bekommen hast, dann bist du mit einer übelsten Armee rumgerannt. Das muss doch so gewesen sein. Das ist doch der Grund, warum ich den Totenbeschwörer auch gern gespielt habe. Oder du hast du dort keine Skelettbegrenzung gehabt am Anfang. Auf jeden Fall freut es mich, dass ich hier jemanden habe, der mitdrehen kann, wie Diablo zum Release war, zum Anfang hin. Da hab ich übrigens auch mit dem Totenbeschwörer angefangen. Oh, hier geht's. schon weiter lost city nee 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 ab zurück ist ja hier echt die hölle wie gesagt ich bin jetzt hier gerade am leveln mit der player stufe 8 mit ich dann relativ fix jetzt noch ein sperr verwenden kann ich bin absolut jetzt noch ein sperr typ the boy ach shit ich hab schon wieder was vergessen mal so ein bisschen geld für meinen söldner ist immer ganz wichtig weil ich möchte die ein bisschen größer werden lassen ich überlege ob ich noch mal spaßeshalber umrüste aufs skelette die zähne sind mir echt ein bisschen zu schwach so gut ich mache es einfach noch mal eins zwei jetzt haben wir hier okay den golem machen wir golem beherrschung wir nehmen mal ganz klassisch noch zwei hier mit drei sogar okay nimmer drei ich probiere es einfach noch mal ich bin ja nicht so und jetzt geht es los den golem noch mal hoch stimmt jetzt muss man alles einstellen kurz zwei drei so probieren wir es mal besonders auf dem offenen gelände können wir den noch einmal zelebrieren hier den guten und immer schön drauf da genau so und weiter geht's ach apropos den kann ich glatt mal meinen okay den will er nicht da hat er zu wenig von ja ich habe das gefühl das läuft sogar besser wir haben die skelette denn jetzt an schaden 80 prozent mehr schaden 200 prozent 19 bis 20 kann man mal machen ich glaube ich habe viel zu schnell das vertrauen verloren in den beschwörungs ja in dem beschwörungs boy ich habe das nämlich früher dann mit zähne gemacht die knochen zauber nur offensichtlich war ich jetzt ein bisschen zu ungeduldig also nur für dich diogenes ja gerade eben hier haben wir noch mal den beschwörer hochgebracht perfekt und er tut seine arbeit perfekt perfekt so so okay wir sind jetzt in der stadt der verdammten gewesen ich glaube wir gehen auch gleich direkt durch um das vipan amulett zu holen ja das machen wir die ferne oase machen wir später wir ziehen wir das pferd ein bisschen anders auf hier aber man ja nein ja so ein mist der serien gift ist schon ziemlich intensiv muss ich sagen hätte jetzt nicht so erwartet so krass brauchen nur noch zwei level ok nicht genug gold das ist natürlich perfekt also ab rein hier machen hier noch mal die gegend unsicher so 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 ich betone noch mal ich hätte nie gedacht dass das so zäh sein kann mit dem totenbeschwörer hier durch die gegend zu kommen das ist echt sportlich mann 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 aber umso lustiger finde ich das gerade wie sie sich hier durch prügeln wird es eine richtige nostalgie gefühle oh da kommt verflucht auf verflucht perfekt ok ein großer verzauberter haben wir genug platz für weiter geht's gleich hat die hat das leiden ein ende hier weiter geht's weiter geht's weiter geht's doch wie sagt man immer so schön was lange wert in die richtung ok raus mit dir dann hoffen wir mal dass es hier auch zutrifft die ganze geschichte was für ein gemetzel die skelly boys die haben echt lust so gleich ist es soweit ein level noch dann wird fleißig umgeskillt und 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 Mangel genommen, also erledigt ihn. Perfekt. Eine Nefrune, perfekt. So, dann suchen wir mal nach unserer... nach unseren Hallen der Toten. Was macht denn der da oben? Ist er weg. Wieder da? Okay. Ja, das ist halt ein bisschen mies bei den Skeletten. Die spawnen einfach mal irgendwo hin und stehen die einfach nur blöd rum. So. Mhm. Gut. Dann macht man den hier fertig. Irgendwie ist er schon ganz schön entspannt. Der Totenbeschwörer. So, wo ist denn die Höhle? Oder der... die Gruft? Nee, die suche ich nicht. Okay. Hier ist im Reineweg gar nichts. Hallo, Julia. Wir sind fündig geworden. So. Na, jetzt prügeln wir uns mal hier durch. So, so. Bevor wir hier weitergehen, mache ich noch ein klein Update. Ja, good to see you too. Weg damit. Ich bin Level 17. Das ist perfekt. Weg damit. Ach, endlich. Endlich, endlich, endlich. So. Die Typen, die müsste ich mir auch gleich wiederholen können. Unseren Söldner. Und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Kombi. So. Greetings zurück. Zurück. Okay. Der Söldner, der bekommt noch von mir ein Speer. Der ist doch mittlerweile ein paar Level aufgestiegen. Ich hoffe, den kann er jetzt tragen. Nee. Okay, holen wir hier einen neuen. Also ein bisschen Powerboost braucht er schon. 36, 54. Ähm. Ja, nehm ich. So. Stecken wir noch irgendwas schönes rein. Was richtig Spaß hat. Ich kann das nicht nutzen. Ich kann das nicht nutzen. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Dann kriegst du halt das. Sowas kommt von sowas. Naja, dann bekommst du die nachher. Jetzt boxen wir uns erstmal da durch. Ja, sieht doch ganz gut aus. Gut. So. 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 welches level bist du eigentlich level 12 das kann ja nur ewigkeiten dauern bis der auf dein vernünftiges niveau kommt so meine skelette gegen deine skelette wie sieht es aus mein guter ich habe gewonnen das läuft hier ziemlich schnell hier die geschichte ja 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 Mann, 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 Mann! ich merke schon im spiel ist es nicht so mein ding tatenlos einfach bis zuzuschauen oh new wheel nicht schlecht hier habt ihr meine guten was auf auf in den kampf sehr schön sehr sehr schön jetzt ist es soweit oder wie oder was perfekt jetzt können wir den mantel fallen lassen einmal unseren fluch ja perfekt jetzt rennen wir bloß noch mit uns als noch ein sperr durch die gegend es langt mir auch das war mein ziel gerade eben ja schritt nummer eins habe ich jetzt erreicht 49 bis 65 schaden macht das teil das ist ordentlich in die 32 bis 49 das ist das ist wirklich ordentlich für einen einzigen schuss ist eine super mana schleuder also schlimmer als bei den anderen die zuvor nichtsdestotrotz ist das das was ich gerne bei dem hier spiele gut man könnte natürlich noch ein bisschen mit skeletten und so weiter und so fort spielen nur das ist genau das was ich gerne spiele hier im spiel jetzt haben wir den hoher drehen würfel perfekt so die mobs die können wir jetzt erstmal runterschrauben wieder und jetzt geht's los perfekt ich will gerade ob ich den auf meine standard taste nehme ich denke schon ja das ist genau das was ich spielen möchte hoppla auf geht's ab in die kanalisation ab in die kann mit und 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 haben wir hier was so oh das ist genau mein ding das ist genau das was ich wollte meinen noch ein speer wollte ich wieder haben jetzt kann ich wieder ordentlich los daddeln jetzt ist der der party wieder happy okay und 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 So, so. Okay. Da hast du dein Mana. Ja, das sieht doch jetzt gut aus. Hm. Nee. Oh yeah. 65 bis 86. Das ist ziemlich gut. Ich frag mich aber trotzdem wann hier endlich mal das Ende ist. So. Ganz klassisch erledigt. Das freut mich. Ich muss echt ein bisschen jetzt mal gucken, was ich so nehmen kann, um das zu verkaufen. Gut. Also wir haben jetzt den Radamant kalt gemacht. Wir brauchen noch die Wohngruft. Und wir benötigen noch, wir benötigen noch den, äh, die Viperngeschichte. So. Also heißt es noch ein bisschen so Geld anhäufen, würde ich meinen. Der ist ein paar Level angestiegen. 40, 60. Kann jetzt nehmen. Perfekt. Ich kann das nicht nutzen. Ich kann das nicht nutzen. Ich kann das nicht nutzen. 50, 40. Ach. 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 Okay. 7, 17. Ist sogar schlechter. Ok, na dann. Ja, dann werden wir das einfach mal tun. So, also im Prinzip brauche ich bei denen wirklich nur, oh hoppla, brauche ich wirklich nur auf Zähne zu gehen und auf Knochensperr. Das ist die Devise, die ich hier vertrete. Ja, Fernoase ist als nächstes dran. Ich glaube hier gibt es irgendwo Treppen, wo wir runter gehen müssen. Ja, perfekt. Ok, nehm ich. Ok, nehm ich. Ok, nehm ich. Ok, nehm ich. Kommen sie da raus Monsieur. So, da ich keinen Bock habe ihn so zu heilen, gehe ich nochmal zurück. Lass ihn heilen. Den Söldner. Junge. Ich habe ja ein paar Stadtrollen. Falscher Typ. Dankeschön. So. Kile Shield. Large Shield. Ja. Alles Sachen, was wir nicht unbedingt benötigen. going. Hmm. bing bing nehme ich immer gern mit wir müssten glaube ich auch relativ schnell durch die wurmgruft kommen das nehme ich eher mit genau bisschen fertigkeiten so ich hoffe natürlich dass das relativ fix geht die geschichte wo haben wir denn hier ein ja skemmel perfekt du bist aufgestiegen im level du bist ein dicker sehr schön genau einfach bloß platz machen das ist das beste was du machen kannst also ich weiß nicht wie du das siehst nur auch wenn ich mich hier gerade wirklich hart durch boxe macht ziemlich viel laune sehr schön das liebe ich ja nicht noch ein speer er ist solide magie neutral macht ordentlich auch bei den gegnern kostet natürlich eine menge mana nur hey ich hab's ja ich finde es ja witzig dass du zu besuch kommst du mir auf meinen stream du meistens schon ein zocker bist du selber vielleicht experte sogar in diesem bereich ist finde ich cool das finde ich richtig cool was ich halt natürlich schön finde an dieser stelle dass ich unglaublich viel von dir dann dazu lernen kann also ich weiß zum beispiel dass ich der upload ziemlich gut drauf habe nur das absolut ausbaufähig ist absolut ich will ja keineswegs den den king raushängen lassen und sagen jo ok ich bin jetzt hier der allerbeste und so absolut nein absolut nein dafür habe ich mich viel zu wenig belesen in sachen runen oder zauber die man verwenden kann um halt gewisse items zu holen also es ist krass nur was ich definitiv mache ist halt nach und nach mir das ganze wissen aneignen weil wie gesagt ich habe ja ein versprechen mir gegeben und du profitierst davon dass ich im endeffekt das spiel sehr sehr lange spiele und sehr sehr intensiv und dann kann es dann sein dass ich dann halt wirklich bloß noch mit high end spielen kommen nur für mich ist halt genauso wichtig auch dass ich mit dir zusammen eine community aufbauen kann also wenn du lust hast dann kannst du dich gerne mich an mir anschließen und ein follow da lassen nachdem wie du möchtest ja das spiel ist gold wert macht super viel spaß und bei dem spiel funktioniert ganz klar gemeinsam sind wir stark und so wie ich einige von dir schon kennenlernen dürfte aus der community heraus die das vielleicht schon mal gespielt haben oder wo es beispielsweise schon eine weile her ist ja ihr habt bock drauf und das machen wir dann dann machen wir das jura ist ja gut mein guter ich weiß dass da nichts ist nur ich bin noch parallel auf ein bisschen auf geld sammeln angekriesen den darfst du machen eine eldrone ne eine eldrone können wir gar nicht gebrauchen da ist es echt die ecke dort ich schon so ein bisschen angepeilt hatte ist das geil ne da habe ich aber was anderes gesehen trotzdem krass dass ich jetzt die ganze den ganzen bereich hier mitnehme das war eigentlich weniger angedacht das ganze level okay falsche ecke bin jetzt hier komplett durchgelaufen da hinten die ecke habe ich übersehen okay joo ja war noch mal für dich der is auch noch für dich okay hier rechts ja das liebe ich auf jeden fall die den ganzen bereich nur mal ab grasen so so mann 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 das freut mich bei den käfer der hat er getötet ab in den norden soll das bedeuten dass dort die kiste ist so ganz danach aus ich finde es so lustig wie der so platzt nur die vergiftung von denen ist umso heftiger ja das ist unser dicker käfer genau den stab den habe ich jetzt mein guter so schön geld sammeln ist angesagt ein paar tränke sind immer gut natürlich mache ich das okie dokie weiter geht's so ab in die stadt der verdammten ist da oben ich muss mich mal kurz vernünftig hinsetzen das ist aber nicht so schön dass du nichts mehr tragen kannst und nehme ich erst mal so wir sind jetzt knapp bei drei stunden angekommen ok ne es geht nach oben 100 prozent geht's nach oben so wenn er mir so angeboten wird dann nehme ich natürlich den teleporter mit oh das ist übrigens ein guter farmspot also dieser dieser dungeon dort wie heißt er denn eigentlich weiß ich gar nicht mehr naja auf jeden fall wenn du gut fahren möchtest dort ist es dort am besten interessante karte die ist riesig und dort hinten ist das ende perfekt am letzten winkel so findest du du hast ja noch platz ab ihr naja Da kann ich so... Hm. 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 Dankeschön, Diogenes, für dein Follow. Ich habe übrigens mein Ziel jetzt erreicht, ich bin auf Knochenspeere. Hat eine Weile gedauert. Doch vielen lieben Dank, dass du mich nochmal sozusagen ermutigt hast, auf Skelette zu gehen. Es war wesentlich einfacher. Ich bin überbürgert. Du kannst mir übrigens mal einen Gefallen tun und sagen, ob du dir den Remake von Diablo holst. Auf jeden Fall, perfekt. Weil ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass ich super, super gerne halt mir eine Community aufbauen möchte im Bereich Diablo, Remake-technisch halt auch. Weil das Spiel werden 100% sehr, sehr viele Leute spielen und es werden auch viele Leute Bock haben, sich eine Community dann zu finden oder zu suchen, wo sie dann zusammen zu achtern, halt hier den Chaos-Stein über Tristam fertig machen wollen, um halt das Horn zu finden und so weiter und so fort. Also wenn du Bock hast, können wir da gerne was zusammenreißen. Also nur wenn du Bock hast, wohlgemerkt. Ich bin auf jeden Fall super offen für solche Sachen. Das freut mich auf jeden Fall schon mal, dass du dafür übst. Das ist sehr, sehr gut. Ich übe übrigens auch. So, jetzt haben wir es. Ja, indem ich jetzt hier mit einem Mal in Normal durchspiele halt, um die wieder mal kennenzulernen, die Charaktere. Ich kann das hier nicht tun. Der Viper-Amulet, ich bin... Guten Tag! Was für ein Schmerz. Ich war beginnend, die Schmerzen zu haben. Also das ist kein Problem. Also wie gesagt, ich streame ja sehr, sehr oft dann auch und kommt immer drauf an, wenn du halt Zeit hast oder so oder Zeit findest, dann findet sich bestimmt auch Überschneidungspunkte, wo wir echt sagen können, ja, okay, können wir beide gemeinsam zocken oder die Gruppe halt gemeinsam zocken, ja. Weil ich bin eher so eine Nachteule. Da brauchst du dir gar keine Gedanken drum machen. Ich zocke halt jetzt auch viel tagsüber, weil dadurch halt auch viele Leute erreichbar sind. Ja. Oder um einfach mal reinzukommen. Also wie gesagt, lass es dir mal auf der Zunge zergehen. Und wenn du Bock hast, dann finden wir definitiv auch Zeitfenster, wo wir zusammen zocken können. Mit einer größeren Gruppe halt. Weil es macht schon wesentlich mehr Spaß über Battle.net dann halt zu 8, dann ordentlich loszukerkern und loszukloppen. Ja. Ja. Okay. Hm. Jetzt sind wir im Palast. Jetzt geht's ab zur Zuflucht. Oh. Hä? Habe ich die Waffe gewechselt? Ah, ich habe die Waffe gewechselt. Okay. Ich habe mich gerade eben gewundert. Bei einer Sache kannst du mir übrigens noch weiterhelfen, Diogenes. Du hast ja das Spiel schon in der Vergangenheit gezockt zum Release. Und zwar bist du zufälligerweise da und oh? 30 Stärke ist ein bisschen wenig. Das ist fantastisch. Oh. Yeah. Weg mit dir. So. ach das machen wir unmittelbar danach wenn wir hier durch sind ich brauche nämlich noch eine rune also ich habe gerade überlegt ich wollte mir noch einen zweihandstab basteln für den ich dann halt pro getötetes monster glaube ich zwei mana bekomme und ich glaube das ist für diese situation super angebracht das ist halt das runen wort lief also ich komme jetzt super durch nur ich habe einen absoluten mana brand hier im spiel und muss ja nicht hallo so weiter geht's ja ja also bei den letzten zwei malen was übrigens um links gewesen mit dem verrückten geister magier vielleicht habe ich wieder nein nein ich habe kein glück naja was muss das muss so na gut das ist auf jeden fall eine gute situation um mal kurz zu der gräfin zu gehen okidoki ab zum schwarzen moor in der hoffnung dass sie mir gleich eine tier ohne gibt so Oh. Alles mal weggeräumt hier. Ich denke wir kommen auch gleich im dritten Akt an. Und hier ohne perfekt. Danke meine Gute. Jetzt haben wir immer wieder ein Vergnügen durchzulegen. Jetzt brauchen wir noch einen Zweihandstab. Trade. Was haben wir denn hier zum, ich hoffe ich kriege so einen kleinen Zweihandstab, das wäre natürlich perfekt. Ah. Nein. Ein Sockel. So. Ich gucke jetzt noch einen vernünftigen Zweihandstab für mich. Hoppla. Dann geht es auch sofort weiter mit Big Boss. Big Boss Duriel. Yes. So. Ah. 18487. Hm. Hm. Dann nehme ich doch hier irgendwie was. Na komm schon. Dann nehme ich dich. Große Auswahl. Hm. Tier Rahl war es gewesen. Und sieht es gut aus. Ja. Tier. Und wo bist du Rahl? Rahl. Und wir haben Leaf. Weg mit der Axt. Jo. Jetzt sind wir glaube ich ganz gut gewappnet. Oh. Hi. Oh. Hi. Was haben wir denn schönes. Tup 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 tup. Jo. Sieht gut aus. Ach. Nach ihm. Nach ihm Tod zwei Mana. Ne. Das ist so nicht schlecht. Dann gehen wir die Mana nicht so schnell aus mit Knochensperr. So. Jo. Auf zum großen Metzeln. Wir gehen mal nach hier. Oder nein. Nach unten. Nach unten gehe ich. Irgendwie sagt mir mein Gefühl dass es unten ist. Ach. Wie ich diese Portale liebe. Oh. Diesmal auch noch. Ja. Oh. Ha. được. Oh. 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 Na los hier. Genau. Lass mich mal durch. Ich bin wichtig. Genau. Lass mich mal durch hier. Uh, das war der obere Portal. Oder das unsere Portal für hinten? Ne, der obere Portal. Oh, das war der obere Portal. Oh, das war der obere Portal. Ist das eine relativ einfache Geschichte. Nur, ich habe mich für den falschen Weg entschieden. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Raus mit der Attack Rating. Und rein mit dem... Oberen Gang. Why are you running? Why are you running? Mann, 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 ey. Da ist der Echtwerk-Gerant. So, und... Whisp-Light. Ah, okay. Habe ich das auch mal gesehen. Für diejenigen, die sich wundern, dass ich... immer halt nachschaue und so... tue, als hätte ich noch nie was davon gehört. Und ich habe seit... Seitdem ich jetzt hier die durchspiele, die im normalen Modus die ganzen Charaktere, habe ich das Programm auf Englisch gestellt. Gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen. Ich habe es sonst immer auf Deutsch gespielt. Doch... Irgendwie... Am Anfang war es ziemlich schwierig. Weil... Umstellen beim Looten sozusagen. Gedanklich. Nur ich komme langsam rein. Ich gewöhne mich dran. Das gefällt mir am meisten. Schöne gerade Gänge. Und oben war der übrigens. Das war meine erste Entscheidung. Meine erste Bauchentscheidung überhaupt. Hier. Zwei Speere für dich. Genau. Sieht aus. So, was haben wir denn schönes? Das ist wieder der Bogen nach unten. Perfekt. Ja, ja, ja. Quatsch. Zu Ende. Und lass mich rein. So, der Bogen nach unten. Er war auf der linken Seite. Ich freue mich darauf. Da ist der. Ja. Ja. Wir sind... Wir sind... So ein Stückchen an... Duriel... Dran. Also wir sind gleich... In seinen kleinen Hackerhändchen. Und kämpfen um Leben und Tod. Ich bin gespannt, wie es mit ihm läuft. Weil der hat sich in den meisten Fällen immer ziemlich haarig entwiesen. Erwiesen. Und sehr, sehr... Stoßhaft. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf ihn. Ah, Sucker seh. und falls du dich wunderst warum ich so ruhig bin momentan ich bin ziemlich konzentriert ich möchte es hier ordentlich über die bühne bringen ich muss mich mal wieder an das wasser ran dann können wir weiter gehen ja gehen mal kurz in die stadt bereiten uns jetzt richtig vor also wir kaufen jetzt richtig ein und durie zu klatschen so das sieht doch schon mal gut aus ich denke wir sind ganz gut gegen den gewappnet hold resist eine sache könnten wir noch machen und zwar werden wir mal ein paar kälte tränke holen weil wenn es auf ihn oder wenn wir dann auf ihn zukommen und ein paar kälte tränke reinhauen dann sind wir weniger gelähmt durch seine durch seine eis aura die er hat das ist dann schon mal relativ annehmbar gegen den dann zu kämpfen im regelfall wenn du gegen ihn fight ist als nahkämpfer sowie als fernkämpfer hast du immer das problem dass der halt gefühlt gefühlt dich dauernd dauernd verlangsamt und der kommt immer ran das gucke ich mir mal kurz an beziehungsweise ab rein mit ihr so ist gar nicht so einfach sich hier vernünftig zu positionieren positionieren beruhig dich mal das kann ja nicht wahr sein dass du mich hier stets und ständig verprügelt so und perfekt das ist das was mir wünsche unkompliziert den zugang die region hier also dass die grabkammer die ist riesig teilweise wir machen wir den hier den hier clay golem skelettmas wie why not ok ok kannst nicht ok noch mal den hier eure resistenz ist jetzt unnötig hoppla nein so da bin ich ja echt mal gespannt wie das jetzt ausschaut mit ihm hier haben wir noch einen kleinen trank ok 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 also dann mein gutster aufwock eh hä so das haben wir das haben wir und los geht's auf ins getümmel naja der will mich unbedingt haben also an sich ist jetzt nicht so schlecht ich bin schnell genug um weg zu rennen und das ist eigentlich eine suboptimale situation die ich mir gerade wünsche ist doch in ordnung mein guter ich gehe noch mal kurz ins portal rein ist mir gerade echt ein bisschen zu doof mit den die typen so rock und weiter geht's hoppla 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 das ich mich immer wieder verdrücker ok ich glaube wir brauchen gar nicht so viel tränke nehmen wir mal die nehmen wir mal die so und auf in die letzte runde gegen ihn hoffentlich ah ok oh komm schon lass mich in ruhe fuga das habe ich echt ziemlich dumm gemacht man 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 ich habe aber wieder was rausgefunden und zwar wie ich meinen Söldner heilen kann den ich zwischendurch übrigens zweimal geheilt habe man 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 naja so läuft es halt im leben man lernt nie aus komm her mein guter wiesel wo bist du denn eigentlich 16 ah so okay auch jetzt macht er endlich mal das was er machen soll perfekt na gut du hast dein leben gelassen für eine gute sache mein Söldner ach dieser Durie das ist schon so ein Arsch dort wo er hätte entspannen können und meinen Söldner zerstören können rennt er mir die ganze Zeit hinterher und umgekehrt verwirrung pur bei mir wenigstens hat er ein paar schöne Sachen fallen gelassen die ich gleich mal mitnehmen kann so jetzt kommt natürlich wieder mal Krebs und zwar unser schöner Schinderdschungel und die ganzen Gedichte die ich dort predigen kann ja den habe ich noch okay was haben wir hier net ach so he he ähm ne mh techspeed und leben was habe ich denn oh gut okay ich nehme die und was habe ich hier ach die die Boots alles rein also bitte nicht wundern ich habe halt hier ein Plugin drauf eine Modifikation Modifikation okay und da habe ich halt auf den anderen Seiten alle Items und hier habe ich halt schon von der arktischen Bindung alle zusammen das komplette Set irgendwann mal zusammen gesammelt und deswegen wird das hier so angezeigt nur innerhalb dieses Ones benutze ich keine dieser Sachen um mir das zu erleichtern weil das würde keinen Spaß machen so als nächstes ist dann unser guter Mephisto dran so sieht es aus ja greetings also der Dschungel ich versuche natürlich den Dschungel wieder so schnell wie möglich durchzuziehen weil ich glaube ich habe genauso wenig Bock wie du diesen Dschungel zu sehen oder zu machen für mich ist der Dschungel einfach nur Krebs nur wenn du was anderes drüber denkst kannst du es gerne reinschreiben im Chat vielleicht ist es ja sogar dein Lieblingsort ich weiß es nicht wäre auf jeden Fall komisch sehr sehr komisch na judidudi dann geht's los ein ellenlanger Marsch mit hässlichen kleinen Schindern das schöne ist halt mein Speer kann halt viel von den von den Gegnern töten und ich kriege halt relativ viel XP so jetzt habe ich die Jade Figur perfekt Mana nehme ich immer mit kann ich hier in dem Dschungel sehr gut gebrauchen ist eine Sackkasse perfekt deswegen ist der Dschungel Dschungel auch so bescheiden in diesen ganzen Sackkassen wegen der Größe und natürlich wegen dem Boys hier die man kaum sieht und die richtig gut Schaden machen können in der Masse so so ich freue mich schon der nächste Charakter mit dem ich hier spiele ist dann der Barbar da freue ich mich schon drauf ich habe noch gar keine Ahnung ob wie ich mit dem Barbar spiele der hat ja auch viele Optionen ich denke den Spiel höchstenscheinlich auf Raserei nehme ich den hier den Kampfstab nehme ich auch noch mit oh was ist das hier für eine Ordnung was ist das oder große was haben wir hier schönes zweihändig Telekinese lässt sich gut verkaufen dann drückt mir mal die Daumen dass ich hier wirklich schnell rauskomme und wie sieht es aus nicht wie seht ihr aus wie sieht es aus Sackkasse ja eine Sackkasse bin jetzt auch wesentlich entspannter als als im ersten Akt oder im zweiten Akt anfangen jetzt habe ich endlich mein Level erreicht mein Level 18 ist halt immer der Knackpunkt beim Totenbeschwörer für mich persönlich und da fängt er an für mich erst richtig Spaß zu machen weil ich liebe die Knochensperr von ihm doch ich kann ihn nur so weit leben wie ich auch treffe hm und wie sieht es hier aus perfekt die Höhle haben wir das ist ja schön hier geht es nämlich zu Kalims Auge nehme ich super heavy belt nehme ich ich gucke halt dass ich Gürtel bekomme mit denen ich möglichst viel tragen kann an Trinken hm perfekt ich mache noch schnell Sack den Brenner fertig oh das hat das ging aber schnell gerade eben mit dem so sagt der Brenner ist dort unten ist hengelaufen da ist er der Sack das ist ein Entlass eigentlich oh das ist es hm ok George Spear Judy hat der Sack meinen Sölden umgebracht hallo hallo wer wie geht es dir denn so 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 oh das ist eigentlich ganz gut naja brauchen tue ich nicht 45 braucht der okidoki 15 prozent zur anforderung ist auch ganz gut danke ja ich bin zu witzig damit was hast du denn schönes wohl gerade sagen du hast mir noch gar keinen trank gegeben also den möchte ich schon gerne haben das ist halt das schöne an der mission ich bekomme da einen trank der permanent mein lebensenergie hochzieht so ein gürtel stecke ich auch mal rein jetzt kann ich die schuhe endlich anziehen perfekt können weg so dann geht es weiter mit meiner schönen reise so auge check jetzt geht es in den chinder forest also in den chinder wald der direkt anliegend ist hier hier So. So. Was? Wendy's Dock? Okay. Nee, 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 nee. Ich brauch keinen Teleporter hier. Ich find's übrigens auch angenehm, dass die Dornendrescher hier sind. So heißen die übrigens auf Deutsch. Au. Sehr schön. Der Schinder-Dschungel im Anschluss. Das ist so das Beste, was mir passieren kann. Und was macht mir hier ordentlich? Gift schauen. Ich verwende es viel zu wenig, die Kadaver-Explosion. Ah, okay. Ich verstehe. So, was haben wir denn? Ich hab gerade eben draus gefunden, wie ich jetzt den Paladin oder meinen Söldner halt einen Trank geben kann. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Doch hey, ich lerne nie aus. So, ich hoffe natürlich, dass das hier auch der Gang der Gang ist. Sieht zumindest schon mal gut aus. Ein paar Kadaver im Topf. Perfekt. Hm. Leider war das nicht der Bereich. So, so cool. Mann, Mann, Mann. Dann kommen wieder solche schönen Zuckassen. Ist es der Gang? Ich glaub schon. Ja, die Karte, die kommt mir bekannt vor aus dem letzten Rennen heraus. Und deswegen geh ich den erstmal weiter. Ich glaube, das ist er auch. Oh, nehm ich. Die ganzen Rüstungen bringen hier super viel Geld, deswegen nehm ich. Ah, ich geh mal hier weiter. Ich geh mal hier weiter. Ich geh mal hier weiter. Ein kurzes Intermetzer für mich. Hier ist nochmal was. Ich geh mal hier weiter. Wie du siehst. Keiner möchte den Schöner Dschungel sehen. Kann ich vorhin ganz verstehen. Alle wollen sie Action. Die Big Bosse. Naja. Jeder, wie er mag. Oh. Kurze Pause. Wer die Batterie streckt. So. Na geht doch. Perfekt. Ach. Der Schöner Dschungel. Oh. Gold. Gold ist immer gut. Gold bedeutet, dass dann unter Tristan, äh, unter, unter Kuhdamm kommt. Sehr schön. So. Für dich. Oh. Das hat ihn wohl aus dem Latschen geholt. Na ja. Dann. Dann. Weiter geht's. Doi. Doi. Ja. Du kriegst ein Speer ins Gesicht. Okay. Ja. Beruhig dich mal. Summiere gerade auf, damit ich wieder beim Saft bin. Wann. Das Wandern ist das Müll. Lass los. Das Fahr. Und dann. Ja. Wo ist der Teleporter? Ach, wir können eigentlich auch weiter gehen. Weil hier der Unterkuras, der ist, ehrlich gesagt, weniger wichtig. Ab dem nächsten Kuras-Bereich geht es richtig los. Na hobbler, da wollte ich der gar nicht rein. Genau, perfekt. So, das sieht doch alles gut aus. Ach, so. Dankeschön, danke, danke. Cold Resistance. Ne, ist schon in Ordnung, ich nehme das. Perfekt, bisschen Geld. Ich habe mich dazu bewegen lassen, dass ich von ihm halt Tränke hole, weil da komme ich kostentechnisch einfach besser weg. Ich brauche momentan echt Tränke. Tränke, Tränke ohne Ende. So, wer bist du eigentlich? 17. Und ich? 21. 21. So. Keiner mag den Wald. Oh, perfekt. Oh. Keiner mag den Wald. Ich kann es nur betonen, wie es ist. So rein mit dir. Wie du kannst nicht. Was ist da drin? Ist da drin? Oh, hoppla. Ich hätte es mal lernen sollen. Gut. Gut. Heilt euch. Tja. Verwirrung pur. Hm, hm, hm. Uh, die haben den umgebracht. Ivan ziemlich flott gewesen mit dem umbringen. Mann, Mann, Mann. Oh, ein Mana-Verbrenner ist dabei. Hier, bitteschön. Es geht runter wie Öl. Ich liebe einfach diesen Blitz. Ja, das flasht mich einfach. Ich mag jetzt noch einen Speer, total. Ja. Oh. Nehmen wir. Oh. Ja, ich bin sicher. 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 Oh. Die setzen mich ganz schön unter Bedrängnis. muss ich sagen gott sei dank ja das nehme ich erst mal mit ich brauche mal keinen lebensraub anforderung anforderung das nehme ich erstmal so mit morgen morgen meine gute ordnung ist das halbe leben das sieht doch recht schick aus jetzt fühle ich mich wieder wohl habe ja fast augenkrebs bekommen bei dem chaos da drin das nehme ich auch mal mit in die truhe falls dann ist natürlich auch nicht schlecht so müll rein mit dir so und dann kann es mal weiter gehen ich hoffe dieses dungeon hat endlich ein ende hinauf beschworen und schon gekommen perfekt das ist geil das nehme ich mal an der regeneration oh west plate das ist momentan weg damit weg damit das sieht schon mal gut aus stecken wir unsere pünktchen rein rein ok nenene nene nene im bereich So. Dann drück mir mal die Daumen, dass der Dungeon-Bereich offen ist und unverwinkelt. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht sehr gut aus, perfekt, nehme ich. Was die für Geräusche machen. Äh, äh, äh. Hallo, beruhigt euch mal. Mann, Mann, Mann. Ah, perfekt. Hier, das ist noch die Rache für das gestrige Spiel. Boy. Der Hexen-Doctor Endogu zu der Geschichte, der hat halt eine Feuerresistenz. Im normalen Modus ein Feuerresistenz zu haben, ist echt für die Assassine Gift ohne Ende. Die kann ihn einfach nicht kalt machen. Dafür habe ich mich gerecht. Ah, hey. Erledigt. Das ist auch sehr schön dich zu sehen. Gehirn kommt rein und jetzt geht's ab in die Kanalisation. Ein Glück auch, ey. Oder bevor ich in die Kanalisation gehe, hole ich noch das Buch. Das Buch ist aufwendiger zu finden und, ja. Wenn ich der Glückliche bin, dann habe ich das schon gleich. So, die haben natürlich ein richtig heftiges Gift, die Viecher. Die spinnt. Und? Büchlein hier? Nee. Falls er mich nochmal schlägt. So. Oder? Vielleicht. Oh, 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 oh. Das sieht ja richtig gut aus gerade eben. Sabrina, bist du hier? Nee. Falscher Tempel. Schade, schade. Oh. Ah, okay. Also ich kann ihn nur mit Shift-Rechts-Klick in der Lebensleiste den Drang geben. Okay. Ich verstehe. Mich würde es natürlich interessieren, ob man diesen Tempel, wo das drin ist, ob es da irgendeine Deeds gibt dafür oder ob man die Tempel stumpf halt bloß absuchen muss. Das war natürlich echt mal interessant zu wissen. Also falls du was weißt, dann sag mir Bescheid. Und mit du meine ich natürlich dich als Zuschauer. Gern außerhalb meines Streams kannst du mich auch anschreiben. Absolut kein Ding. Okay, wir haben sie. Sabrina, wo bist du? Da warst du. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh ja. Okay. Da war die Sabrina gewesen. Wie auch immer, das ist das Buch. Ernsthaft? Da hat er sich verprügeln lassen von denen, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, ein Kriegstip da. Das ist ein bisschen größer. Als Regulär. Regulär. Guti, du, die. Wo ist das Buch? Da ist es. Nehme ich mit. Lahm-Esensfoliant. Perfekt. Es gab mal Zeiten, da habe ich mehrere Tempel durchsucht. Okay. Hm. 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 Oh. Nimm ich. Ich brauche noch sehr, sehr viel Geld. Alcor, übersetzt mir bitte mein Buch. Ja, ich habe es gefunden. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich hoffe, es hilft dir weiter, um Mephistos Geheimnisse zu entlüften. So, ich nehme das einfach mal hier rüber, das gute Ding. Tränke kommen wieder hier rein. Perfekt. Perfekt. So. Na dann, mein guter. Ich schenke mich mit Trinken. Ein alter Hans hier. So, endlich können wir uns jetzt in Richtung Kanalisation vorschlagen. Und diesmal wähle ich den Weg, der nach rechts geht. Nach rechts. Weil, die letzten Male, wo ich nach links gegangen bin, habe ich den gesamten Bereich abgesucht. Ich denke, rechts gibt mir jetzt mehr Sinn. Ähm, ja. Oder? Sieht ein bisschen danach aus. Äh, ne. Doch, ne Truhe. Ne, ne Frone. Wow. Hahaha. Auch nicht schlecht. Ach, ist das herrlich. Ich finde das witzig. Im englischen Shocking. Wie das übersetzt ist. Mit Würgegas. Äh, 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 äh. Hier. Das könnt ihr gerne von mir haben. Aber nur das. Ich bin überburdened. So. So, also hier haben wir schon mal einen Eingang. Ja, das ist natürlich das Miese gewesen an diesen hässlichen Saugeviecher. Wie die auch heißen. Sagen die einfach mein komplettes, äh, äh, mein komplette Ausdauer weg. Keine schöne Sache. Ich glaube ich hätte mich für die andere Richtung entscheidend sein. Äh, öh, öh, öh. Wobei. Fieder. Okay. Oh, 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 das ist gut. Die war noch dabei gemischt. Äh, nett. Gargulkopf. Hm. Ich möchte schon mal gerne sehen, was in dem Gargulkopf drin ist. Ja, Müll. Müll sage ich nur dazu. Auf jeden Fall Level 2 ist gut gelegen. Da können wir doch glatt in Richtung Oberkuras draus gehen. Ich glaube Oberkuras wäre sozusagen die nächste Anlaufstelle. Ach, hoppla. Okay. Naja. Wenigstens nicht die gesamte Kanalisation abgegangen. Das ist schon echt Krebs. Ich sag mal so mit einem Barbar oder mit einer Zauberin wäre das easy. Nur mit dem Rest ist es halt immer so ein Ding. Okay. Teleporter. Perfekt. Nehme ich einfach mal mit. Ist jetzt absolut kein Must-Have. Wenn er schon mal da ist, dann. IC loten die guten Boys. Dann schlage ich vor. Läuten wir den Endspurt ein Richtung Mephisto. Joa. Das ist doch nicht schlecht. Oh oh oh, ihr seid ja ganz schön viel. Äh weg hier. weg 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 was ist denn hier los eine versammlung nicht mit mir so das jetzt haben wir auch und wir haben ein bisschen platz das ist perfekt können wir den würfel leeren ne passt passt nehme ich mit so nabend dagnasha nah ist klar bei dir freut mich dass du vorbeischaust wie geht es dir ja hm ich wünsche dir auf jeden fall gute besserung krankheit kann keiner gebrauchen und zahlt auch keine miete also raus damit ja so schnell wie möglich am besten das ist immer mein spruch dazu und hey es klappt ich bin seit drei vier jahren noch nicht einmal krank gewesen ja freut mich auf jeden fall dass du hier bist ich muss auf jeden fall mal bei deinem stream vorbeischauen wenn du mal streams möchte schon mal wissen wie du ausschaust oder beziehungsweise wie dein style ist wie du das machst aber du zockst bestimmt auch hauptsächlich diablo oder ja krank sind wir alle ja besonders nach der pandemie besonders nach der pandemie das sage ich dir da sind sogar die gesündesten krank aber hey ist halt so muss man damit leben hier zwei ach alles mögliche das ist cool weil ich ich vertrete oder ich sage das auch gerne mal mein stream die sagen die seien nicht krank sind die ja das stimmt das stimmt das sind auch diejenigen die immer recht haben wollen und dann wird es richtig krank dann wird es richtig krank das kann ich dir auf jeden fall da kann ich dir auf jeden fall zustimmen ich überlege gerade also ich bin ja ich bin jetzt auch dabei halt schön diablo zu zocken und ich habe richtig bock halt dort eine community mit aufzubauen ich weiß nicht wie es bei dir ausschaut halt weil diablo 2 der remake der steht ja bald an holst du dir den teil ja also definitiv auch beta schon du ach das ist natürlich perfekt also ich hätte die möglichkeit gehabt beta zu zocken irgendwie hast du ja bekommen indem du halt bei ein paar streams mit zugeschaut hast und so aber ich dachte mir lass mal ich freue mich schon wirklich drauf wenn ich das spiel in den händen habe und dann richtig zocken kann darauf habe ich wesentlich mehr bock gehabt ja und das ist ja demnächst soweit und wie ist eigentlich so dein eindruck genau das gleiche bloß mit besserer grafik genau genau völlig richtig es ging relativ fix alles das ging auf jeden fall alles relativ fix ich habe bloß mal eine kleine einstellung zu machen also nicht wundern ist alles in ordnung bei euch also wie gesagt wenn du da irgendwie bock hast wir können uns auch mal zusammensetzen also auf jeden fall wenn der release ist habe ich vor richtig schön die ganzen charaktere mal zumindest auf normal durchzuspielen um erstmal reinzukommen die ganze geschichte wieder was ich jetzt ja auch mache und zum zweiten um halt richtig schön das battle net durchzuziehen mit allen features natürlich mit geilerer grafik also ich glaube das wird der hammer kann natürlich sein dass ich auch zu viel erwarte von dem spielen nur ne ich denke schon ich denke schon dass das wird was so 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 ach so okay ab wann geht denn der ladder los also wenn du informiert bist dann kannst du gerne mal mitteilen angeblich ende september dann okay also dann sozusagen eine woche später und das ist ja gar kein großartiger überbrückungszeitraum und was für ein typ bist du eigentlich in sachen der blut zocken bist du welcher hat hier letztens die man gehabt der ist halt so der hardcore typ also er zockt ausschließlich hardcore zockst du beides oder hast du deine präferenz so ich würde jetzt lieben gern mal perfekt wenn man vom teufel spricht dann kommt auch der eingang jungs beruhig dich mal wieder jungs beruhig dich mal wieder ach so okay okay interessant auf jeden fall also ich werde bestimmt halt in beiden richtungen abdriften sowohl als auch sowohl als auch nur okay das ist cool oh 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 ein mana schlucki okay na geht doch endlich ah sieben jahre ist online gezockt okay krass ja das ist auf jeden fall schon eine ordentliche ecke da kann ich wohl kaum mithalten ich habe das bloß halt offline knapp zehn jahre gezockt und ein halbes dreiviertel jahr online nur es kann deswegen sein weil ich halt erst online gezockt habe wo auch schon die server so gut wie tot waren oder schon so in die richtung gegen ja habe eine community oder habe ein paar leute mit denen zusammen spielt dann macht es dann halt wenigstens noch ein bisschen spaß ja schon ah ok krass ja gut das ja das mache ich dann definitiv auch wenn es dann halt soweit ist oh 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 ne 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 das ist das ist nicht so meine welt gerade hier ach hört doch auf ja wegen dem patch 1 14 ok ja der hat schon der hat schon einiges gebracht hast du das spiel eigentlich auch großartig mit irgendwelchen mods gespielt oder hast du es ganz klassisch mit kleiner kiste gespielt und ich muss gucken wo ich meinen platz fahrbare auf champion 2 3 4 5 und 6 ja das stimmt auf jeden fall aber woran hat es denn eigentlich genau gelegen weil so ich habe das nicht so ganz mitgekriegt warum der komplett tot gegangen ist da bin ich unwissend auf 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 ja Ah, okay, krass, krass. Was ja eigentlich eine gute Sache ist, oder? Boah, Zweck, endlich seine Ruhe. Ich fand das schlimm, wenn ich dann auf die Server draufkam oder wenn ich halt einen Server aufgemacht habe oder eine Lobby. Dann kam dort dann einer an, wollt ihr was verkaufen? Kam dort einer an, hat reingespampt, wollt ihr was verkaufen? Oder Werbung gemacht halt. Aber was ist das der Grund? Das ist krass. Ich werde mich definitiv noch in Zukunft halt noch reinlesen in die ganze Geschichte. Ich glaube, mir fehlt da ein bisschen Hintergrundwissen. Was auch ziemlich interessant klingt. Ja, die waren super ätzend. Die waren super, super ätzend. Ich fand es ja auch sportlich, wie sie dort versucht haben, über diese Bots halt Items zu verkaufen. Auf diverse Arten und Weise. Also, ich bin mal spaßhalber auf so einer Seite draufgegangen halt, was sie teilweise dafür verlangt haben. Halt für diese klassische Jar-Eat-Bear-Kombi halt in einer Magier-Plattenrüstung keine Ahnung, 20 Euro oder so. Also, es war schon echt sportlich. Und offensichtlich muss es ja wirklich Leute gegeben haben, die sowas bezahlen. Ja. Ja, die haben wirklich alles, alles in Grund und Boden gebracht. Also, echt krass. Oh, falscher Teleporter. Nee, nee, nee. Das war schon echt so ein Ding, wo ich mir dachte, so schlimmer kann man das sowohl kaum noch machen. Nee, also, umso mehr würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da irgendwie mal zusammenfinden. Hätte ich echt Lust. Und klar, andere Spiele mache ich auf jeden Fall auch noch. Das ist nicht nur das Einzige, was ich zum Beispiel zocke. Ja, Kerker des Hasses. Wupsi, wupsi. Ab da rein. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich merke schon, dass du keinen Mana hast. So. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Einfach dieses Zugespamme und einfach, ja, innerhalb von kürzer Zeit will ich unbedingt alles mal durchmachen. Hat so ein bisschen die Seele verloren. Ja, mag vielleicht genial gewesen sein, nur letztendlich lebt doch ein Spiel davon, dass man es vernünftig durchspielt. Nicht auf so einer 0850 Weise. Also, finde ich persönlich. Deswegen wäre es für mich halt schwierig gewesen, da irgendwie ein Bot zu verwenden. Nur andererseits kann ich es auch verstehen, wenn du so mal drüber nachdenkst, wie klein die Möglichkeiten waren, um überhaupt Sachen aufzubewahren oder überhaupt andere, also andere Situationen dort zu machen, wie zum Beispiel, ja, ich möchte mal alle Gegenstände sammeln. Das hat es dir ja gar keine Möglichkeit dort gehabt. Sondern es war immer so die Situation, ich muss jetzt mir irgendwas einfallen lassen, wie ich das dann halt durchziehen kann. Das konnte man meistens nur offline machen. Komm, lass mich in Ruhe. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist nicht das einzige Spiel, wo es immer darum geht, was kannst du danach noch machen. So. Na ja, dann machen wir jetzt mal hier Mephistonackisch. Du bist mein Guter. Hoppla. Okay, ist in Ordnung. Ich hab dich lieb. Das war ein bisschen zu viel, Aua, gerade eben. So. Na, kommst du. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich wirklich eine sportliche Geschichte. Ah, hoppla. Falsches. Falsches Knöpfchen gedrückt. Ah, gut, okay, da ist er. So. Hier, hier bin ich. Hier bin ich. Ah, boy. Ich möchte noch ein bisschen, genau. Moin, moin. Leon. Du bist ein Typ, Alter. Natürlich kann man ihn beschwören. Ah, auch nicht schlecht. Aber da, mit dieser Bot-Thematik, da bin ich echt super, super wenig drin, weil ich, ich hab eine zutiefste Abneigung von irgendwelchen, äh, KIs in Spielen, wo man noch richtig schön Zeit versenken kann. Doch hey, wem's hilft und wer das vernünftig nutzen kann, ist doch auch nicht schlecht. Ach, Leon, ich versteh das schon. Mach doch deine schlechten Witze. Mach doch deine schlechten Witze, mein guter. So, das war übrigens jetzt eine ganz einfache Geschichte und ganz simpel gemacht, wie man Mephisto fertig machen kann. Er geht dir nicht auf den Sack und du kannst ihn vom Weiten bekämpfen. So, ab in Akt Nummer 4. Gut, langsam mal Zeit. Nach knapp 4 Stunden Spielzeit. Oh, oh, oh. Komm hier. Gib's, gib's mir. Gib mir den. Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Nur da sind dann halt die, die Leutchen sind super, super unflexibel. Dann sagen sie halt sich auch, wieso nein, dann, 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 überschwemmt es den Markt, dann wird dann immer so diese, diese ganze Angst geschürt halt bei dem Unternehmen. Ja, dann verlieren wir angeblich so viel Umsatz, so viel Profit oder es macht zu viel Arbeit. So, diese ganze, der ganze Bullshit, der dann hinterherkommt. Das ist dumm gelabere halt. Aber naja. Im Endeffekt ist es dann alles tot gegangen, die ganze Geschichte. Durch solche Situationen, durch solche Sachen. Pech gehabt, sag ich nur dazu. Das kann dir der Dark Nation erzählen, wofür du ein Aimbot gebrauchen kannst in der Abloh. Ja, ja, das stimmt. Ja, Celebi sag ich nur dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie es jetzt hier mit dem Remake machen. Vielleicht kommt ja genau die gleiche dämliche Geschichte zustande. Das wäre natürlich echt ein Kracher, oder? Genau das gleiche wie davor. Ich finde es auf jeden Fall schon mal super praktisch, dass sie es für mehrere Konsolen rausbringen, ja, das Spiel. Nur dieses, dieses, dieses Crossplay, dass sie das einfach null hinkriegen. Fand ich super schade, wo ich das gelesen habe. Ich habe mich so darauf gefreut, dass es heißt, jo, okay, jeder kann spielen mit jedem. Das wäre natürlich eine absolut schöne Sache gewesen. Aber nee. Nee. Wie viel Aufwand hätte das mehr gekostet, einfach bloß vernünftige Server zu erstellen, die dann im Endeffekt beides, also beide Konsolen sozusagen miteinander spielen lassen können. Wäre absolut der Superclou gewesen. Oh Mann, wo ist meine Maus? Da. Ja, ich habe verstanden. Ich nehme mich mit und ich gehe noch mal kurz raus hier. Ich halte diesmal an meinen Söldner fest. Ach, der ist schon identifiziert. Leon, du kleiner A. A Punkt. Wig mich sage ich nur dazu. Wig mich. Du frecher Hund. Du hast höchstwahrscheinlich Ablehnung viel zu oft schon in deinem Leben erfahren müssen, oder? Oder Leon? Ach, verdammt. Wir machen mal den hier. B Punkt. sieht alles gut aus. B Punkt. Ach, warte mal kurz. Der eine ist doch zerplatzt hier wie so eine... Okay, gut. Das war's. Okay. Also wie gesagt, Dark Masher, wenn du mal Bock hast, können wir auch mal so ein bisschen schnatzen. So ein bisschen quatschen. So, da kannst du mir so ein paar Sachen später. Da kannst du mir so ein paar Sachen noch erläutern. Ich denke mal, da kann man sich auch mal kennenlernen. Mal gucken, was wir dann vielleicht gemeinsam starten könnten. Sobald ich wieder gesund bin. Ja, auf jeden Fall. Werde so schnell wie möglich wieder gesund. Wie gesagt, Krankheit zahlt keine Miete. Oh, da ist er ja, der Gute. ist das wieder hier einer dieser epischen Kämpfe? Ach, ja, stimmt, hast recht. Stimmt, stimmt, stimmt. Die einfachsten Sachen vergisst man über die Zeit. Und ich habe gerade eben gemerkt, dass er ziemlich viel aushält. Die Wurst. Oh, ok. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, ok. Warte mal, ich habe doch was Besseres dafür. Genau. Jetzt, wo du es erwähnst, irgendwann wusste ich das mal. Nur, das Problem ist halt immer, ich lasse das Questbuch die ganze Zeit offen. Also, ich lasse es halt immer, ich mache da meistens keine Missionen, die ich abhake oder so. Und deswegen kann es vielleicht sein, dass ich den immer so spät entdecke. Na, judi, du, die. Hoppla. So, wir gehen nochmal kurz heilen. Das Hobbit-Inventor. Ja, ich spiele ein Pluggy. Ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie hier klassisch auf der Ablo zu zocken halt, falls irgendwas mal sein sollte oder ich was supertolles finde, da kann ich es ja reinstecken. Aber das fand ich gut gerade eben. Das Hobbit-Inventar. Ja, so sieht es aus. Ich bin halt ein Sammler in dem Spiel und auch Jäger. Das Hobbit-Inventar. Ich, ich, ich kriege einen Föhn, ey, das sage ich dir. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, das hatte ich auch schon gesehen, dass es ein bisschen größer ist, dass das Inventar in sich halt. Nur, ich fand halt dieses, dieses Inventar, was standardgemäß drin war, absolute Katastrophe. Hast du ein paar wertvolle Diamanten entdeckt, dann, dann war die Sache schon durch gewesen. Da hat das jetzt gepackt, der Gute. Ja, ach, eine Ortruhne. Jojo, mein guter, weiter geht's. Oh. Na. Ach. Nur dieser Pluggy-Mod, den finde ich ziemlich gut, also, wenn du halt darauf aus bist, mal alle Gegenstände zu haben oder alle Set-Gegenstände. Macht auch schon echt Spaß, mit dem da durch die Gegend zu laufen. Hat super viel Platz. Ja, das, das ist mir bewusst. Nur, ich, ich hab halt, ich hab halt in der Hinsicht Ehre und, und rede mit ihm mal kurz, ja. Weil er hat sich ja sowas von bemüht, mich zu killen. Und, ja, da geh ich zumindest mal zu ihm hin und sag mal Hallo. Der freut sich doch auch, der Gute. Guck mal, der ist in der Ebene der Verzweiflung. Voller Verzweiflung. Also, ich will gar nicht wissen, wie lange der hier schon war. Think about that. Der arme Kerl. Hässlich wie sonst noch was, wie die Nacht. Und dann muss er sich da noch rumtreiben. Ähm, was ist denn hier los? Das habe ich auch selten, dass ich hier auf der Treppe gezentwiched werde. Lass mir hier zertreten, den Jungen. Ja, ja, das sind so einige Sachen, auf die du bestimmt gespannt sein kannst, auf die ich auch gespannt bin. Ob die vielleicht noch ein paar neue Features reingebracht haben. Kann ja gut möglich sein. Und noch mehr bin ich darauf gespannt, ob die vielleicht sagen, dann während der Zeit, ey, das Spiel läuft so gut und blablub, blablub. Uh, 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 uh. Wir werden einfach mal, nee, 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 lass mich mal bitte alle, lass mich doch mal bitte alle in Ruhe. Ach, ich gehe einfach hier hin. Äh, dass sie vielleicht dann noch irgendwelche Features reinbauen und wenn das Spiel dann so gut läuft, dass sie irgendwann sagen, gut, okay, wir werden euch die Möglichkeit machen mit Crossplay und sowas. Was, von welchen Bugs redest du? Vielleicht kenne ich die ja. Vielleicht sind die mir über den Weg gelaufen. Also markante Bugs. Du brauchst, dass mir nicht alle aufzählen oder hast du vielleicht irgendwie mal eine Seite für mich, wo ich das so lesen kann. Das wird, glaube ich, auch interessant für mich. Ich merke schon, du bist ja voll involviert in der ganzen Geschichte. und die zwei war es, wenn du nur noch weg hast. Und die zwei war es, wenn du nur noch weg hast. das ist aber keine schöne Sache, das ist aber keine schöne Sache, muss ich sagen. Das ist wirklich keine schöne Sache. Das kann ich mir auch vorstellen. Die wissen nicht, wo das richtige Zeug steht, was sie süffeln können, um was Vernünftiges zu erstellen. Aber das war doch hier wie mit der Warcraft Weforged Geschichte. Das soll auch nicht so gut angekommen sein. Persönlich habe ich es nicht gezockt, nur ich habe so ein bisschen was drüber gelesen, dass die Leute da nicht besonders abused drüber waren, was da so rausgekommen ist. Und wundern sich, dass sie danach zwei Schädel haben. Ach, herrlich. Genau mein Humor. Ach, man, 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 man. Ich hoffe, dass ich endlich mal den Gang finde. Ist ja hier voll Krebs. Das muss man sich mal geben. Also, die Warcraft Community ist ja ist ja auch recht groß, ja. Dass wir die im Endeffekt mit so 0850 Gedöns abspeisen wollen. Das ist schon echt. Das ist schon echt so ein Ding für sich. Ja, ich denke auch. Dann werden sie nur noch über über den Kiddy Markt sozusagen D4 finanzieren können. Dann wird keiner sich mehr verarschen lassen. Oh, perfekt. Hier haben wir ihn. Bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich nervig so eine Einstellung. Immer nur die gleiche Sache durchkauen. In der Hoffnung, dass es genug Leute schlucken. Ja. Das wäre natürlich eine Option. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Damit mal wieder Qualität hochkommt. Ach, hoppla. Ja. Ja. Das ist völlig richtig. Kann ich absolut verstehen. Das ist völlig richtig. Ja. Das ist völlig richtig. Ja. Das ist völlig richtig. Hallo, hallo, nimm den Brunnen, wollte gerade sagen. Was ist denn mit dir los? Ich gelobe nur auf Besserung, dass das alles bei dem wieder vernünftig klappt. Bei Blizzard. Okay, wir haben den Platz. Okay. Okay, wir haben den Platz. Komm, geh mir mal nicht so auf die Eier, mein Guter. Da ist er weg, der Gute. Okay. 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 So, damit ich in Ruhe das Teil zerschlagen kann, den Seelenstein, und 1, 2, na geht doch. Na geht doch. Ich kann es nicht mehr tragen. I need mana. I need mana. I need mana. Okay, dann geht's wohl hier lang. Okay. 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 sehen wie der airbloodrider im endeffekt aussah bestimmt oder dass sie da irgendwie so ein overlay machen wollten oder sowas die richtung beziehungsweise die skills dann halt wie bei größeren patches dann komplett mal überarbeiten abgleichen und so naja daraus ist dann auch nichts gewonnen nicht schlecht erzähl mir doch nicht so was da werde ich ganz traurig nur das hört sich nach potenzial an dass sie das höchstenschein für den remake rausbringen oder das wäre doch ein kracher der remake läuft ein bisschen an und dann bringen die ein halbes jahr später oder ein jahr später halt dieses addon raus mit zwei neuen charakteren okay schade schade aber das wäre geil gewesen das war wirklich geil ja das ist doch das was wir uns wünschen nichts anderes ich glaube die haben sich zu sehr mit dem bots rumgeärgert und haben dann gesagt nie lassen wir mal so ein blödsinn ja 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 das stimmt man weiß ja nie ich sag mal so die haben ja im endeffekt zu der upload drei glaube ich drei addons rausgebracht waren das drei ich kann mir vorstellen dass die höchstwahrscheinlich noch den remake auch pimpen werden weil dann müssen sie nicht ihre verstaubten bücher rausholen um halt zu gucken wie sie es noch programmieren müssen damit es passt naja ich sag mal so wenn jetzt dieser teil richtig brummen sollte dann kennst du es ja bestimmt wie die geldmaschinerie dann arbeitet selbst bei entwicklern dass sie jetzt sagen holen wir mal unsere alten unterlagen raus da waren ja noch zwei charaktere gewesen ja und schon ist das wieder im spiel das addon was natürlich total paradox wäre naja wir warten mal ab was rauskommt wir hoffen auf jeden fall nur das beste das wäre natürlich wie gesagt absolut der burner wenn das wirklich so passieren würde ja also erfahrungsgemäß liegst du da komplett auf der richtigen seite sagen wir es mal so da macht es nicht großartig sinn bei blizzard zu hoffen dass sie auf einmal eine epiphanie bekommen eine wahre erkenntnis ich glaube die werden ihren kurs weiterhin so fahren wie sie momentan sind wir pressen den letzten tal aus unserer community raus die wir so mitgezogen haben ja und doch erfreut es sich dann wenn es wirklich passieren sollte so ich lasse die mal hier ein bisschen stehen die boys und girls ja blizzard ist schon herbe enttäuschung der hinsicht leider 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 eine schöne metapher sage ich dir ja und genau so ist es nur schlimm ist es handeln viele andere unternehmungen ähnlich so ja immer mit dem mit der nase voraus und mit der konsequenz im nacken sich selber boykottieren das ist gerade nicht so gut ich gehe schon mein name ist hase ich weiß von nichts so machen viele machen viele ohje nehmen wir mal mein erstes unikat was ich hier gefarmt habe hoppla nehme ich 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 nicht naja ich packe es mal rein ist auf jeden fall schön schön zu sehen dass es hier auch noch einzelstücke gibt das hat so ein zweiter ja so oder so ähnlich oder wie bei dem film schweck äh wo er sich nicht entscheiden konnte welche welche frau er nehmen sollte und dann hier der der warte mal wie heißt dieser typ der schaff der schaffer ach gott naja auf jeden fall der den der den menschen kopf abschlägt ja nimmt nummer drei mein lord und er hält halt eine zwei hoch ja mit seinen fingern genau so sie wissen genau was sie machen die hier 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 Aber du weißt, was ich meine. Das ist genau das. Wir denken zu wissen, was wir wollen, doch wir wissen nicht, was wir denken. Hä, habe ich den schon umgenietet? Ach, ich habe den, das Siegel noch keineswegs aufgemacht. Ich schlimmer Finger. Ah ne, das lasse ich mal draußen. Ob war ich mal für bessere Zeiten auf? Nein, 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 nein. Ich habe dich jetzt gesehen. So kommst du mir nicht davon. Lord of Seas. Woosam. Ja, ne, 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 nicht mit mir. Nicht mit mir. So, nehm' ich, nehm' ich. Oh, hoppla, jetzt habe ich die falsche Druck genommen. Na gut. Ahhhh... oh nein 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 und scheiße ich meine der fug ja das ist es das ist es was ich meine mein erstes video habe ich mal erwähnt das sind so ziemlich die schlimmsten von den drei ausgeburten der hölle die unseren werten der erblobe schützen die sind schnell die machen auf einmal verdammt viel schaden und die gehen mir einfach höllisch auf den sack naja gut kleine joggeinlage hier ja und sonst so der bibi bad liegt da die haben alle nichts mehr gehabt das halte ich für ein gerücht mit was für ein geschwollener brust jedes mal der abel umher kommt ich habe einen ziemlich furchtbar starken stab der erblo zeige ich dir gleich wo bist du denn da bist du oh hoppla ach du bist schon ich kann noch ein neues portal aufmachen ist mir doch egal du bist mein guter boi hey monsieur na hoppla ich kann noch mal Bye-bye, kommt euch wieder an! Hört damit! So, ab rein hier, nochmal auffüllen und dann gehts weiter in den Kampf. Zeigt er mir seine unsagbare Stärke, dieser Vogel. In den beiden letzten Ones war der so entspannt gewesen, der ist fast eingeschlafen an Ort und Stelle und jetzt hier fängt er an, hier übert sein, sein Fiesta. Der willst du richtig wissen. So, so... So, so... Ich brauche monat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, oh Mann. Der Typ, der wird es echt wissen. Na, wo bist du, mein guter da? Na, wo bist du, mein guter da? Oh Mann, oh Mann. Ja, vom Feinsten. Und das Witzige ist einfach, Parler, also nicht Parler, sondern die Amazone, mit der habe ich gespielt. Ich habe mit der Assassine bereits gespielt. Da war der so geschmeidig gewesen. Ich dachte, was ist mit ihm los? Bei der Amazon hat er kein einziges Mal diesen Schlag gemacht, also diesen Elementarstrahl. Bei der Assassine hat er das ein paar Mal gemacht. Nur hier ist er, ey, hier ist er nur am rotieren. Ich habe so das Gefühl, hier ist er einen Zacken schwieriger als sonst. Naja, gut. Genau, du bist weg. Du bist weg vom Fenster. Machen wir noch Bruderherz fertig hier, den guten. Dann geht's los. Dann sind wir endlich durch mit dem Typen hier. Also auf jeden Fall, bei dem kann ich echt noch ein bisschen üben. Okidoki. So, jetzt heißt es, XP sammeln wieder mal. Machen wir bis Level 30 ungefähr und dann sind wir auch wieder glücklich. Level 24 sind wir momentan. Ja, das ist schon gar nicht mehr so schlecht. Was wollte ich jetzt? Ach ja, identifizieren und verkaufen. Oh, bist du mein Guter. Ja, ich habe Potenzial, ich weiß. Danke dir. Gib mir die allergrößte Mühe. So, weg damit. Ich stecke den einfach mal in meine Kiste rein. Meine Hobbit-Kiste. So, so. Sieht auf jeden Fall alles gut aus hier. Auf zu Akt 5. Nochmal. Auf zu Akt 5. Wer hat schon den falschen Teleporter gegangen? Okidoki. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie du mir helfen kannst. Ja. So, dann holen wir unseren Asrael wieder. Asrael. Das heißt doch die Katze von Gargamel, oder? Asrael. Das kann auf jeden Fall hier noch eine Weile geben. Weile dauern. Ich überlege, ob ich den Söldner mal wechsle. Wechsle ich den Söldner? Ja, ich denke schon. Ich kann ihn noch erst wechseln, wenn der... Also, wir lassen das mal. Wir bleiben bei Player 1. Ne, ich kriege erst... Ok, gut. Ich habe erst Mission 2 zu erledigen und dann kann ich wechseln. Hm. Ja, das stimmt schon. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht auf Richtung... Auf Richtung von... Ich lecke das gerade bei mir im Kopf. Ob ich in Richtung halt Kampfmagier gehe. Nur, nee. Macht keinen Sinn. Und der beste Tank meines Erachtens nach ist der... Krieger. Also, der gab mir zumindest immer ein gutes Gefühl, bei ihm zu sein. Naja, ich bin ja eh momentan eine absolute Mana-Schleuder. Also... Da ist es glaube ich egal. Mana ist mein größtes Problem. Ja, das ist natürlich die Verteidigungs-Aura. Die ist natürlich echt gut. Nur, ich glaube, die... Die Situation würde sich eindeutig für mich bessern, wenn ich halt einen Sölden aus dem Albtraum-Bereich habe. Das ist halt das Ding. Ich bin im Normal. Ne, ich müsste glaube ich auch ganz gut Erfahrungspunkte kriegen. Ja, das stimmt. Das ist völlig richtig. Nur, ich glaube ich überlebe es noch ohne. Hm. Wie mein Helfer-Syndrom immer durchschlägt, wenn ich merke, ein Barbar ist in Gefahr. Ich habe das Spiel, wo es zum Release rauskam. Habe ich es mir geholt. Und da habe ich es ein einziges Mal durchgespielt. Das heißt, ich habe den Diablo ein einziges Mal gesehen. Und das ist schon ziemlich lange her. Also, ich fand den... Ich würde meinen, ich fand den im Gegensatz zu dem Diablo aus dem Teil hier ein bisschen mager. Ja, den mache ich auch. Die guten Boys. Aber die halten nichts aus. Also, ich habe den einmal gesehen. Ich fand den ein bisschen schlanker als den Diablo aus Teil 2 heraus. Und das andere war natürlich gewesen, was mir noch aufgefallen ist. Der ist ziemlich dynamisch gewesen. Also, man hat wirklich darauf geachtet, dass der hübsch ausschaut, der gute. Also, als Gegner fand ich den nicht schlecht. Äh, probierst du einfach. Okay. Keine erlaubt. Du kannst mir ja gerne per PM mal rüberschicken. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau zu 100% was ich hier alles sozusagen erstmal außen vorgenommen habe. Nur offensichtlich, links habe ich erstmal rausgenommen. Sorry, dass ich es nicht besser wusste gerade eben. Ach, du siehst den Link in Stream. Ich sehe den nicht. Auch nicht schlecht. So, da ist er mein Boy. Okay. Danke dir auf jeden Fall. Ich gucke es mir dann nachher mal an. Was du mir so schönes geschickt hast. Oh, ja. Gut, extra schnell, extra stark. Mal auf den Speiseplan hier, oder wie? Oh, oh, oh. Nimm ich. Okay. Ah, okay. Ja, ich gucke es mir gleich mal an. Oder ich gucke es mir jetzt mal kurz an. So. Ah, ja, ja, genau. Siehst du, diese Schlanke kam mir noch so vor. Hm. Ja. Ist Geschmackssache, denke ich. Jetzt, wo ich ihn so gesehen habe. Ich bin immer noch so... Von dem Bild ist der erblos überwältigt, der seit Teil 1 sozusagen entstanden ist. Der hat schon, der hat schon einfach was Tolles an sich. Der sieht halt so aus wie ein androgynes Wesen oder so. Kann man das so sagen? Ich denke schon, oder? Dann gehen die Boys nicht raus. Ach, hört auf jetzt. Ja. Ja, aber die Frage ist, vielleicht ist es auch einfach bloß eine ziemlich heftige Männerbrust. F, man weiß ja nie, sage ich dazu nur. Ach, wollte gerade sagen, wo ist der denn, der Gute? Oh, ey, die Büsche, die sind ja OP hier, ey. Ja, geht doch. Das ist ein Flyle. Machen wir mal den hier. Naja, aber du weißt nicht, ob das halt eine Männerbrust oder eine Frauenbrust ist, ja. Oder? Weiß man das? Ah, okay. A Flagle ist es. So, die Boys habe ich rausgelassen. Zehn muss ich noch retten. Okay. Help us. Let us out. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist denn da los? Ich bin glaube ich jetzt under level für den Bereich hier. Also ich kriege kaum noch XP. Das wird ja spannend. Nicht, dass ich jetzt unbedingt noch Erfahrungspunkte gebrauchen könnte. Es geht einfach nur darum, dass ich mich wohler fühle mit denen. So, was ist er denn? Hm. Ach da. Da ist er ja. Lass mich hier raus. Na los. Dann kommt mal raus ihr Jungs. Uh ja. Es geht mit großen Schritten voran. Hm. 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 Und Speedy. Äh. Nein. Ey. Nimm doch den da vorne. Komm. Go, go, go. Oh. Ey. Das war jetzt eine Prozedur gewesen hier. Ich leide hier richtig bei dem Spiel momentan. Mann, 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 ey. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Das andere durch. ... Das war's für heute. Das war's für heute. Und da ist der Dreschzocker dahin. Und da ist der Dreschzocker dahin. Okay. Der kann helfen. Ach, da war doch eine Sackhasse gewesen. Okay. Okay. Hmm. Okay. 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 Die sind hart. Die sind wirklich hart. Okay. 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 Theodorik. Okay. 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 üssel Driven, die auch mal schön ist. Okay. Okay. Jetzt muss man mal gucken. Oh. Oh. Die liegt. Oh. 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 Da hinten ist ja. Ach hör doch auf. Gut. Pegga ca. Ich glaube ich muss die sogar. Ich muss die sogar fertig machen. das problem was ich da gerade sehe dort hinten ist der frostfluss höchstwahrscheinlich und das ist natürlich echt doof nicht da lang naja wir kriegen das hin wir kriegen das sind wirst du denn wir kriegen das hin habe ich gehört wirklich die typen sind echt schlimm oh nein oh nein warum sind da direkt wird mein leichter nicht so gut ist okay lasst mich mal bitte so die jungs na komm verbrennen wir noch ein bisschen geld hier okie okie gepackt das spiel das stellt mich echt noch so vor ein paar herausforderungen ok und was ist es der frostfluss teleporter hin weiter geht's das ist nicht so gut aber bloß in ruhe lassen ich will jetzt hier bloß den nächsten eingang finden so genau lass mich mal kurz in ruhe erholen im camp aufschlagen und weitermachen perfekt 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 so ok das ist schon mal gute das ist schon mal eine gute sache hier dass die untoten spawnen nur supi dupi ihr auch noch man mann 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 so eine richtige schrottkiste gewesen und was war ich hatte mich schon fast gefreut sich richtig angekommen bin ja wegpunkt aber total uninteressant und hoppla ok ok perfekt die gefrorene tundra tundra ja ja jetzt wird hier weit unter um leben und tod gesprintet perfekt lasst mich durch bin arzt machen die boys doch schon wieder muss jetzt noch ausreichen für den teleporter das ist mein problem jetzt das war der falsche weg lasst mich mal bitte durch das war doof machen wir es jetzt am besten das war richtig doof gerade eben voll reingelaufen gucken wir mal bei der karte in der nähe ist nix lassen wir unsere leiche liegen das ist natürlich doof da habe ich ziemlich viel jetzt auf eine karte gesetzt und das war natürlich unerfolgreich ich würde trotzdem jetzt ist ja egal gut okay dann tanken wir mal tränke auf und dann gehen wir weiter um anja zu retten und Ich bin dein Champion. Was hast du? warum ich immer so leichtsinnig bin in dem Spiel natürlich echt doof ich bin mal kurz für eine Minute auf Toilet bis gleich Jungs und Mädels bin gleich wieder da Bis zum nächsten Mal 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 darauf vor Anja zu befreien. Hm, wo ist die denn die Gute? Ach, da hinten ist die. Okay. Nimm trotzdem mal unseren Barbara-Barber mit. Unseren Barbar. Jo, danke, danke. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht mehr so anstrengend die Situation mit dem mit den Totenbeschwörer im Gedanken gehabt. Nur der ist, ja, ist schon knackig muss ich sagen. Ach, die Mondfürsten, die gehen mir schon dezent auf den Sack mit ihrer Raserei. Wenn die dann ankommen jedes Mal. Zwei Schläge und auf einmal sind die superschnell. Ah. Ja, ich habe schon gemerkt. Was hättest du denn für einen Tipp? Wie würdest du denn starten? Ach du, nee, als Source, das meine ich nicht. Ich meine nicht die Charles. Ich meine jetzt, äh, als was würdest du, äh, rein, ähm, bei Necromancer starten. Natürlich, die Source, die Source ist easy. Das ist einfach super einfach. Besonders wenn sie dann Teleportation hat. Also... Warum... Alter, wollt ihr mich eigentlich rollen? Warum kommen diese... Boah, ist sie hier. Summoner oder Poison, okay. Ey, das war jetzt richtig übel gerade eben. Oh, hoppla. Ah. Poison, Poison. Ja, mit Gift könnte man... Ich habe ein bisschen Angst durchs Tor zu gehen gerade eben. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach bloß da rein. So. Ja, das stimmt schon. Nur ich ziehe das jetzt hier durch, die Geschichte, um zu zeigen, dass es möglich ist, auch mit dem hier das zu schaffen. Obwohl es eine ewig lange Prozedur sein kann. Na, haben wir noch genug Geld, um den Boy zu holen? Yes. Du sagst yes? Okay, bin dabei. Ja. Ist auf jeden Fall eine gewisse Herausforderung. Ja. Jo, mach das auf jeden Fall, Dark Nesha Und erhol dich gut, ja Und danke dir Werd mir schnell gesund Ja, auf jeden Fall sehen wir uns wieder Und ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend Ciao, ciao So So, jetzt ist die Strategie wieder ein bisschen Geld zu verdienen Weil ich ganz schön runter bin Aber nicht so hier Nee, nicht so So Boah, Kopfschon, benimmt euch. Hmm. Hmm. Whoa, 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 whoa. Ja, danke dir. Ah, das ist jetzt nochmal ein richtig schöner Endspurt hier. Ja. What do you need? Gar nichts, von dir nichts. Äh. 7000 Gold. Die Mobs, die wären richtig hart. Ich krieg kaum noch EXP. Okay. Also wir haben ganz gute Voraussetzung hier. Bestimmt noch ein halbes Stündchen dran zu sein. Gut, jetzt habe ich kein Geld mehr. Perfekt. Geld, 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 Geld. Mani, mani. So. Na dann. Wurde auf jeden Fall spannend hier. Und spannend bleibt es weiter. Oh. Hoppla. Ja. 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 Ach ey, ihr Widerlinge. Mann, 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 Mann. Wie zur Hölle kann ich die gerade nicht treffen? Okay. So. 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 du dich auf brütings so und das ganze geld wieder ausgegeben jetzt kannst du wieder was tragen ich hoffe mal das hat hier bald ein ende diese zettel das fand ich jetzt komisch warum hat der null reagiert wie oft seid ihr denn schon umgefallen jungs und mädels und 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 der typ sucht stress der froststein tja momentan kann es mir echt 0 helfen so ein typ das richtige endboss gerade eben für mich hier froststein sehr schön haben wir noch schönes hier ja war gerade ein richtiger entgegner für mich ja meine gute ihr unterstützende so dann helfen wir mal anja aus unseren tollen nila tag kalt zu machen nila fuck hat er es wirklich gesagt okay was haben wir denn für einen schönen schädel das ist ein richtig guter schädel zum verkaufen würde ich meinen bitteschön oh 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 ey ey das ist gerade hier nicht die feine englische art das ist gerade das ist gerade ich brauche mich ich brauche mich ich brauche mich ich brauche mich Mann, Mann, Mann. So, ab rein. Ooh. Das ist gut, mein Boy. Ah, okay. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Sehr schön. Genau, das habe ich gesucht. Ein Eingang nach unten. Das ist nicht das, was ich suche, das ist nicht das, was ich suche. Das ist nicht das. ah perfekt wir sind mit dem mit dem einfachen dem einfachen erfolg gesegnet wir rennen mal einfach hier durch weil ich will wirklich bloß nil attack finden so ja da ist nein nein was für ein viel klick ist das ärgerlich okay gut das ist wirklich ärgerlich so ein mist sowas von verdrückte kommt lass mir durch mann 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 es passiert mir definitiv kein zweites mal mann 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 kommt geht mir nicht so auf die eier jungs und mittels ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Beruhig dich. Oh, komm weg hier. So, ich nehm alles von dir mit, alles was ich verkaufen kann. Alles. Die Schlangenliederrüstung, oder? Ach egal, kommt. Oh, die ich nehm ich auch mit. Ach, was ist das denn gewesen? Herrlich, einfach nur herrlich. Okay. 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 So, dann geht's wieder Richtung, bekämpfen wir Diablo. Diablo. Der Diablo. Oh, hoppla, jetzt hab ich teuer eingekauft. Ja. So. Na, jetzt kommen wir gut durch. Sind bloß noch zwei Missionen übrig. Und zwar die Uhren anschlagen und unseren Werten Ball töten. Und zwar die Hand. Oh, oh, oh. Auf auf zu den letzten, zum letzten Gefecht. Junge. Oh, das war gerade richtig. Das war gerade richtig mies. Bin da irgendwie hängen geblieben gerade eben. Komisch. So, der Weg der Urahnen. So, der Weg der Urahnen. Oh. Der wollte es wirklich wissen. Der wollte es richtig wissen gerade eben. Danke für den Schlag in den Nacken. Oh. Ne. Okay. 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 Die gehen mir ziemlich auf den Sack und rennen mir die ganze Zeit hinterher. Deswegen weg mit denen. Okay. 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 So. Die letzte Etappe. Bin ich gewappnet für die? Nee. Nee, ich bin nicht wirklich gewappnet für die. Das ist eine gute Frage. Ich denke, mein Leben ist für mich jetzt hier keine so relevante Geschichte. Ich nehme dich. Du bist meine Wall. Kann gut möglich sein, dass ich ein bisschen Mana benötige. Deswegen nehme ich einfach mal hier alles. Falls es doch richtig eng wird. So. Dann drück mir mal die Daumen, dass es jetzt klappt. Und drück mir die Daumen, dass dir Barbar das überlebt. So. Ich gucke nochmal. So. 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 Hmm, 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 hmm. Wirklich? Ja, boah, das war echt ein Krämpfchen. Okay. War das erfolgreich gewesen? Ah, die waren nicht so schwer, wie ich mir dachte. Nur die waren ausreichend, dass ich da echt mich vorbereitet habe dafür. Ausgiebig. So. Und dann geht es jetzt in den letzten Bereich. Baal. Baal. Ich verstehe dich. Ich habe mich gerade überlegt, wie ich überladen sein kann, aber ich habe einen ganz egalen Trinken da. Sehr schön. Ja, okay, mit 200 Schaden gehe ich jetzt ihm entgegen, 200 Schaden pro, nein, Blödsinn. Ja doch, mit 200 Schaden pro Speer gehe ich ihm jetzt entgegen. Ja, ist in Ordnung. Ja. Nee. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Ich glaube, lässt er den Quäler, den ziehe ich dann nachher raus. Oder der würde wirklich zu lange dauern, um den fertig zu machen. So müsste ich sozusagen den Vorraum reinigen, hm, na dann. Oh, ey, ist das so ernst? Kriegt er noch mit Damper rein? Ja. Ja. Auf zu Level 2. oh ne oh ne muss nicht sein lasst mal schön perfekt so kommt ah nein 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 nicht ihr ok sarkasse schon wieder die oh 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 so die geräusche ok sarkasse wieder man 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 perfekt sehr schön ach jetzt sind wir fast soweit und Okay. Ernsthaft? Ich dachte, es ist eine Fläche. Sehr schön. Alles soweit sauber gemacht. Machen wir hier nochmal einen TP hin. Able. So, aua. Oh, eine Krone. Auch nicht schlecht. Ah. Okay, krass. Hm. Ich gucke mal gerade nach wie ein paar Rundwörter für den Helm. Was mir da empfohlen wird. Nef in Tia. Mord und Sol. Habe ich nicht. Okay. Hm. Vielleicht habe ich ja nef in Tia. Brauche ich das einfach nochmal zusammen. Okay. So, dann gucke ich mal. Nef und Tia. Ach, die. Ne, drauf. Schleuselt. Lassen wir das Ganze. Machen das jetzt zu Ende. Danke dir, meine Gute. 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 Das war's für heute. So, da ist ja noch einer. Oh ja, jetzt geht's los. 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 Puh, der hat mich bis zum Eingang verfolgt. Wow. Wow, wow, wow. Wieso das? Da hat sich ja glatt noch jemand versteckt von denen. Der hat schon die Meister abgeschrieben. Heyo. Sehr schön. Ja, aber den letzten, den ziehe ich einfach raus. Was? Da ist nicht viel mit. Ich versuche ihn zu fighten. Ich versuche ihn zu fighten. Könnte ich theoretisch gesehen machen, nur es ist unsinnig in meiner Situation. Ich bin jetzt momentan Level 26. Klar, kann ich die kalt machen, würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Okay. 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 Und so schnell hängt man die Leute ab hier. Und so schnell verarscht. Und so schnell verarscht man Ball. Und so schnell verarscht man Ball. wieder. Hä? Da ist doch keiner mehr. Zu schnell verarscht man mich oder wie oder was? Ach, den hast du jetzt noch gesehen. Los, komm raus hier. Mit dem Guter. So, jetzt weg mit dir. Dumb Dark State, dieser Typ. Dumb Dark State, dieser Typ. Ähm. Ja. Wir können uns das wegfallen. Die, die, die ich wirklich liebe. Ja. Die Bante oh Além. Ich bin Zeit. Bye, bye. Bye, boy. So. Na los. Den machen wir noch fertig. Back damit. so so ich hoffe das war auch das letzte was dafür benötige so so mein Bruder hat sich nie in fein verletzt. Der Gute, der will sich wirklich darauf verlassen, mit seinen Klonen die ganze Zeit voranzukämpfen. Hier ist ein Klon. Der Gute, der Gute, der Gute, der Gute. Der Gute, der Gute, der Gute. Der Gute, der Gute, der Gute. Der Gute, der Gute. Der Gute, der Gute. Der Gute, der Gute, der Gute. Okay, ich geh nochmal zurück, ist ne Ahnung. Ich schau mir. Ich schau mir. Ich schau mir. Ich schau mir. Ja! 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 Ja, Jungs und Mädels, mit der letzten Portalschriftrolle haben wir das gepackt. Es war heftig, es war wirklich heftig gewesen. Jetzt haben wir noch die ganzen schönen Sachen hier ein. Was haben wir denn? Speed-Dom, Amazon-Skills. Why? Ich meine, was drin ist. Boah. Ja. Wieso kannst du nicht? Wie viel ist da drin? Oh, hoppla. Was haben wir denn Schönes? Rein damit. Rein damit. Ja, es ist geschafft. Es ist wirklich geschafft. Wir haben hier noch ein High Leader Gürtel. Wir haben noch eine Sense. Hallo. Hey Boy. Ich spreche gleich mit dir. Warte kurz. Oh my God. Ich habe hier noch Publikum. Du hast zu warten, jetzt Adriel. Was haben wir denn hier Schönes? 08,50 sind sie. Und Eclave. Ja, also hier Ausbeute ist natürlich super mager. Wir haben es gepackt. Meinen Tacho sehe ich knapp sieben Stunden. Ziemlich heftig. Also, ich lasse mir definitiv was Neues einfallen. Einsacht Taktik, wenn es darum geht, ihn in den neuen Teil durchzuspielen. Mir hat er super viel Spaß gemacht. Ich habe einfach mal geprobiert, wie es halt soweit ging. Ich kann persönlich von mir aus sagen, dass es halt, ich glaube eher am meisten lohnt, wenn ihr ihn auf Beschwörung spielt. Auf Beschwörung oder halt, wie ich im Chat halt lesen konnte, auf Gift. Nur, ja, wie auch immer. Ich fand es halt super entspannt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mal so richtig schön mit den Totenbeschwörern mal wieder zu zocken. War sehr, sehr lustig gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei allen, die dabei gewesen sind. Die zuschauen. Und die sich das noch anschauen. Diese tolle Sache hier. Ja, jetzt quatsche ich mal kurz mit dem Engel. Und der wahre Beweis, dass wir diesen Stein zerstört haben. Den Weltenstein. Haben wir nur mit... Hoppla. I can't carry anymore. Damit können wir es beweisen. Nein. Indem wir da durchgehen. Und babam. Ich bedanke mich recht herzlich an alle. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Früh, Morgen. Egal wann ihr es guckt. Und ich sag mal. Ciao, ciao, ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüssi, Lilu. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.